So, jetzt haben wir das Warm-up gemacht. Jetzt nehmen wir auch auf allen Kanälen auf. Herzlich willkommen zum Digitec-Podcast. Für die einen zum ersten Mal, für die anderen zum zweiten Mal. Mit mir und Philipp Rüge. Mit dem Simo Balisa. Und dem Luca Fontana. Ich habe mal wieder vergessen, am Ende nur aufzunehmen. Da haben wir halt nochmal angefangen. Aber ich meine, ich habe es schon später gemerkt. Zu städt. Wir haben ein verdammt geiles Intro gemacht. Ich glaube, das beste Intro, das wir jemals gemacht haben auf dem Podcast. Niemand wird es jemals hören. Nein, es ist verloren. Es ist verloren. Bei tausend Zuschriften lassen wir es raus. Ich habe es nicht aufgenommen. Ich habe es jetzt gelöscht. Ich habe es schon wieder gelöscht. Ja, sicher. Ja gut, ich hätte es noch. Ich hätte noch den... Ich nehme ja immer alles auf. Ah ja gut. Ich hätte es noch. Ich hätte die... Die Roh... Roh! Die Roh-Fastik. Release the Philipp Cut. Jetzt müssen wir auch noch meinen. Nachdem wir an Lukas in Lukas in Cut, weil er uns erzählt hat, dass sein TCL-Interview etwa zwei Buchdicken einnimmt. Es ist sozusagen Herr der Ringe Uncut. Jawohl. Ich habe das... Aber im TV-Bereich sind sie halt einfach die drittgrössten von der Welt. Und das ist halt hierzulande nicht allzu bekannt, weil TCL gibt es eigentlich in Europa erst seit zwei Jahren plus minus. Okay. Kennt darum einfach praktisch niemand. Aber eigentlich sind sie der drittgrösste TV-Hersteller der Welt. Und ich habe da ein Interview gemacht, ein grosser Gleits. Wir haben da ein wenig 360 Grad, alles Mögliche diskutiert. Und es war sehr spannend. Entsprechend hat auch mein Interview ein bisschen länger. Ja. Und das wird... Ich möchte jetzt nicht wieder Versprechungen machen. Ich habe es schon vor ein paar Wochen mal angekündigt. Aber ich glaube, die nächste Woche könnte die richtige Woche sein. Gut. Aber ja. Das ist ja. Und dann gibt es ja, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn jemand wirklich noch möchte den 18-Seiten-Monster-Cut lesen, hast du den noch als so quasi Grau-Ware, kannst du den zusammen per E-Mail im Graubereich. Die habe ich noch. Apropos genau, Release the Luca Cut. Ich habe das ja auch gelesen von all den Spastis, die da den Release the Snyder Wars. Ich finde, das sind so arme Irremann, die da irgendwie mit einer... Was die für eine Energie haben, um irgendwie für sich so etwas einsetzen. Und jetzt, die haben ja sogar dann angefangen, so Godzilla vs. King Kong, oder Kong, downvoten, weil sie, um irgendwie Aufmerksamkeit erreichen, weil sie eben wollen, dass jetzt irgendwie noch die... Ich habe es gar nicht so genau mitbefällt. Ich glaube, einfach noch andere Fassungen oder Filme, die, glaube ich, nicht gemacht worden sind. Okay. Gewisse sind ja eingestampft worden. Ah, was hat einer davon... Egal, es sind ja mehr Filme geplant gewesen in diesem Universum. Und ich glaube, sie wollen unter anderem... Du meinst im DC-Universum jetzt also im... Ja, 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 wir reden da, der Cyborg hätte ja seinen eigenen Film müssen verkaufen. Der Schauspieler hat sich aber dort recht verstritten mit dem Studio. Zurecht, wenn man jetzt den Snyder Cut sieht und schaut, was alles rausgeschnitten wurde, ist von ihm. Ich glaube, dort wird man nicht mehr wieder auf den... Wie sagen wir, wenn man das Heu auf der gleichen Bühne hat, der wird sicher nicht kommen. Der Green Lantern-Film hätte mal kommen sollen. Ich weiss nicht, an welchem Punkt man da ist. Der Flash hätte auch noch seinen eigenen Film bekommen sollen. Ich glaube, den aber munkeln. Man soll trotzdem jetzt passieren. Trotz alledem. Und natürlich halt der Ben Affleck-Batman-Film, den er ja selber hätte drehebüchstabend Regie führen sollen. Entschuldigung, es heisst Restore the Snyderer. Entschuldigung. Entschuldigung. I'm so sorry. Nein, wirklich einfach. Aber ja, da ist einiges... Der Neueste ist jetzt ja, dass J.J. Abrams Superman rebooten darf. Also J.J. Abrams ist ja der Generalrebooter von ganz Hollywood. Sei es jetzt Star Trek, Star Wars oder... Hat es dann echt endlich mal Lensflare? In dem Lensflare-Effekt, in dem Film. Ist nicht der J.J. Abrams, der einfach alles so viel Lensflare drin hat, dass es nachher... Dass du nichts mehr gesehen hast. Ich finde es aber geil, er hat bei Star Trek 2, hat er mal gesagt, seine Frau hätte ihm auch mal in einem ernsten Gespräch gesagt, Dude, es ist einfach zu viel. Es reicht jetzt. Es reicht jetzt langsam. Er hat das eingesehen, dass es ein bisschen viel gewesen ist. Das ist so, als ich damals Photoshop-Berams bekam. Dann habe ich den Lensflare-Effekt entdeckt und nachher nur Fotos mit dem, weisst du, nur das. Also wirklich, ich habe mich so ein bisschen channelt oder zurückversetzt gefühlt in jeder Zeit. Das ist wie der Snyder mit seinen Slow-Mos. Die sind geil. Jede Slow-Mo, die er magisch super macht. Einmal bei 300 hat das super funktioniert und jetzt muss einfach alles im Slow-Mo sein, oder? Auch wenn er einen Kaffee trinkt, das hast du letztes Mal gesagt. Ja, gut. Alles. Oh Mann, du. Alles in dem Film. Es sind immer geile Einstellungen, aber irgendwann mal denkst du, das ist gut. Das ist ein Film und kein Trailer. Ich möchte keinen Film sehen. Ja, ja, gut. Ja, gut. Kommen wir ja später auch noch mal. Kommen wir später auch noch. Du, ich habe eben, ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich habe meine Krankenakte bestellt bei meinem Hausarzt, welchen neuen Hausarzt. Dann habe ich gesagt, ja, ist gut, können wir ihnen schicken. Ich dachte, da kommt einfach eine fette Akte und so. Ich sagte, ja, haben Sie es auch digital, dass wir irgendwie mailen können? Dann hat sie gesagt, ja, das ist alles digital. Es kommt auf CD. Aha, das habe ich auf jeden Fall auch, ja. Ja, ich kann auch, was das machen. Auf CD, Alter. Ich weiss nicht, was ich mit dem soll anfangen. Ich kann jetzt das. Ich nehme das auch, glaube ich, einfach zum Hausarzt mit. Das kommt faktisch. Ich muss ja auch irgendwie bei mir auch noch, ich will es bei mir auch noch zwischenspeichern und mal hinein schauen. Aber ich meine, ich habe doch kein CD-Aufwerk mehr. Hört ihr das? Wir haben nur eins. Ich kann wahrscheinlich PDFs auf der PS4 anschauen. PDF-Reader auf der PS4. Das sind meine Krankenakte. Oder den PlayStation-Krankkranken auslesen. Das ist geil. Ich habe gerade letztens bei meinem PC entdeckt, dass ich auch ein CD-Laufwerk habe, weil ich bei meinem PC habe so einen, wie sagen wir das, so wie eine teure Klappe vorne dran, wo ich diesen Schall zum Schalldichter mache. Und ich habe das letztes Mal wieder aufgemacht, um zu schauen, was ich eigentlich noch habe. Und dann habe ich gesehen, ich habe da CD-Laufwerk, Floppy-Disc sogar. Nein! Das ist ein Witz! Ich habe das noch nie benutzt im Leben. Ich habe das Törling-Left noch nie aufgemacht überhaupt. Das ist ein Original-WOW-DVD noch drin. Instration-DVD. Deine sechs oder sieben CDs in dieser Packung. Das ist ein Geil. Geiler Scheisse. Ja, nein, die habe ich auch noch irgendwo bekommen. Ich muss auch gerade weg, ich muss für das Aschmal eine Bestätigung bekommen, damit ich dann an meinem Impftermin, weil ich auch schon einen Impftermin bekomme, damit sie mich nicht wieder abweisen. Nein, ich glaube im Fall, also ich weiss nicht, ob sie das überprüfen, gell? Nein, aber es steht einfach, man soll alles mitnehmen und dann, ich meine, ich frage jetzt einfach mal, soll es mir das nur geschwind schriftlich geben? Ja, was ich meine, die Impfungen laufen ja eh ab. Also es ist so wie, wenn es Tiers nicht reinhaut, dann müssen sie irgendwie kurzfristig jemanden aufbieten und dann sich selber die reinfixen. Ja, aber hüpfen muss sich nicht. Durchbrochen-Kick! Nimm mal noch eine Impfung mehr! Also komm. Also genau, bevor wir noch weiter in den Drogensumpf abstürzen. Das Programm von heute. Wir fangen an mit den News und so reden wir über das Facebook-Data-Lag. Ich frage euch, welches. Ja, wir sagen euch das wievielten. Dann reden wir über LG, wo das Smartphone-Business aufgeht. Pixel 6 oder respektiv einfach die Leaks, dass Google jetzt wirklich einen eigenen Chip baut und der kommt dieses Jahr. Godzilla vs. King Kong, nicht vs. Kong. vs. Kong, ja. Okay. Habe ich den Titel wieder falsch geschrieben. Das ist bestimmt ein riesiger Erfolg geworden. Dort drüber. Dann Apple mit dem neuesten iOS und iPadOS, was auch immer, Update gegen das Tracking vorgeht. Dann im Big Screen reden wir über Queen's Gambit. Wir sind nicht sicher, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber sonst doppelt hält besser. Dune, das war der alte, dann haben wir mehr nicht. Aber jemand hat den Herr der Ringe ausgraben, Made in Russia. Das ist sicher eine kurze, lustige Anekdote. Und in der Spielecke erzähle ich ein bisschen über Outriders, Narita Boy und Simon über sein neues Lebensprojekt namens Yakuza. Er wird der Yakuza. Aber er erzählt euch dann mehr darüber. Also, fangen wir an mit den News. Facebook. Ich habe das nachher kurz ein bisschen angeschaut. Zuerst hat mich das gar nicht so interessiert, weil erstens bin ich nicht bei Facebook und heisst, wie viel der Datenlag ist es. Und shit, als ich das nachher gelesen habe, sind doch noch viele mehr, die sich überhaupt nicht daran erinnern. Das sind im Fall irgendwie ein paar Jahre, nein, nicht ein paar Jahre, mehrmals im Jahr zum Teil. Jedenfalls die neuesten 533 Millionen Aufzeichnungen haben sie dort geleakt. Also sind das Profile? Alles genau, Profil, Namen, Facebook-ID, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Passwort glaube ich nicht, oder? Ja, genau. Aber eben das, in dem ist es nachher in den Artikeln eigentlich gegangen. Ich habe bei The Wired einen gelesen. Speziell ist unter anderem, wenn Facebook das runtergespielt hat, hat gesagt, ja, das haben wir ja, das sind alte Daten, die irgendwo geleakt sind, oder? Und weil eben, die sind wirklich, die haben ja schon 500, über 500 Millionen Daten, das sind mal irgendwie 2019 und dann im 420 Millionen 2018 und dann der Cambridge-Skandal 2018 und dann 2018 hat es nochmal einen anderen Skandal gegeben. Wirklich, dann sind schon so viele mal die Daten geleaktet. Und darum, jetzt ist die Schwierigkeit, man weiss zum Teil wirklich gar nicht mehr genau, was kommt aus welchem Leak, oder? Weil die Daten werden dann auch wie gebündelt, oder? Weil die sind aufgetaucht in so einem Hacker-Forum. Ja, das ist gespickt wahrscheinlich noch mit alten Daten von damals und das ist dann so wie so ein Zusammenzug. Genau, aber jetzt offenbar ist das relativ klar, dass das schon neu sind, zumindest Sätze, die sie nicht deklariert haben. Sie haben offenbar auch irgendwie 2019 eben einen Leak zugegeben, aber einfach nicht im richtigen Umfang. Sie haben einfach gesagt, sie sind darauf hingewiesen worden, sie haben hier eine Sicherheitslücke und sie haben gesagt, ja klar, die haben wir gepatcht und so. Es ist eben darum gegangen, es hat so ein Kontaktimport-Feature gegeben für das Adressbuch und das konnte irgendwie das ausnutzen, um dann einfach die Daten abgreifen. Auch bei Instagram war das betroffen. Sie haben gesagt, sie haben das gepatcht, haben offenbar das aber eben nicht richtig gepatcht oder es sind einfach noch andere davon betroffen gewesen. Jedenfalls sind da definitiv noch neue Daten drin gewesen, die man bis jetzt nicht bekannt gegeben hätte. Und eben ja, mit diesen Sachen sind halt, wie es halt immer ist, ein Spekral, eben ein bisschen das Passwort drin vorkommt, mit diesen Mengen von Daten, das sind einfach problemlos, das haben da mal Experten gesagt, problemlos, so Identitätsdiebstahl, also ich kann vorteuern, dass man dich ist, dass man, ja, Betrug etc. Der Jan bei uns hat auch schon gesagt, er hat irgendwie eine komische E-Mail-Adresse-Messe bekommen, wegen irgendwie Shopping bei Under Armour, wo er definitiv nichts bestellt hat, aber einfach mit wenig sehr zuverlässigen Daten bestückt, oder? Ja, 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 oder was ich bekomme, und was eigentlich wieder als Beispiel genannt wird, ist, dass du ein SMS bekommst, der sagt, irgendwie von der Post oder so etwas, oder vom Zoll, der sagt, du musst da jetzt zwei, drei Franken zahlen, damit dir das Paket, das du bestellt hast, kann geliefert werden, oder was scheint es auch noch, was ich auch noch gelesen habe, was sehr ausgeklügelt ist, ist das sogar über die Telefonnummer, die sie haben, die dir quasi vorher anrufen und sagen, quasi da ist ein Paket für dich unterwegs, aber damit du das entgegennehmen kannst, musst du ein Formular ausdrücken, das du unterschreiben musst. Sie schicken dir jetzt in der nächsten Minute ein E-Mail mit einem Link zu dem Formular, den du abgeladen und ausdrücken kannst, und dann ist das natürlich ein Link zum Schatzsoftware abgeladen, aber weil du das vorher bekommen hast, denkt dir das viel weniger verdächtig, als wenn du einfach sonst so ein E-Mail wirst bekommen, und du denkst, ja klar, sicher, oder? Welchen Hacker rufen dir zu Hause an? Dann lauten solche Sachen. Und was ich auch noch kurz zum Begriff Alte-Daten wollte, das ist ja auch relativ gesehen. Also ich meine, E-Mail, Telefonnummer, Arbeitsplatz, Adresse, das verhalten ja nicht innerhalb von ein paar Monaten. Für viele von uns ist das zehn Jahre immer das Gleiche. Auch wenn man von älteren Links spricht, sind das nicht immer alte Daten, sondern bleiben eigentlich meistens sehr, sehr aktuell. Darum ist das halt schon problematisch. Eben, genau, und jetzt sagt man eben, besonders wegen der Telefonnummer, weil früher hast du auch bei Facebook die Leute noch können suchen mit den Telefonnummern, wenn du die gekannt hast. Und das haben sie dann mal rausgenommen, aber mittlerweile weiss man halt einfach, dass mit den Telefonnummern kannst du extrem gute Profile erstellen von den Leuten, wo du sie nachher überall im Netz zurückverfolgen und eben so Ideen erstellen von den Leuten. Und ja, ist das halt einfach, du hast schlussendlich einfach, Facebook solltest du die Dame einfach nicht mehr nutzen, aber klar, es bringt, der Schaden ist gemacht, und der ist vermutlich schon vorher gemacht gewesen. Ich meine, ich habe auch erst letztes Jahr mein, weiss gar nicht, das habe ich ja gelöscht, eben, es ist auch viel zu spät, ich habe nicht mein ure Facebook-Konto mal gelöscht, aber eben die ganzen Daten. Die sind immer noch dort, oder? Also du kannst ja nicht fix löschen lassen, du hast ja nicht Sicherheit, dass das irgendwo nicht noch dort auf irgendeinem Server steht. Also mit Sicherheit sind deine Daten ja nicht dort drauf, oder? Erstens das, und wenn sie ja vorher geleakt sind, eben, ich meine, das ist 2019 ein grosser Teil, oder? Also, eben genau, die Daten sind schon nicht jetzt abgegriffen worden, ich glaube, sind schon, oft sind sie, sind schon ein bisschen älter, aber eben, wie der Luca sagt, ja, wenn es halt deine E-Mail und deine Telefonnummer, wird genau dergleichen sein, dein Name ist immer noch dergleichen, oder? Ja, viele Jahre altes Arbeitsgeber und so, oder? Also es ist wie so, ja. Also, man muss es einfach boykottieren, irgendwie. Also weißt, wenn man nichts macht, oder, dann wird es trotzdem, das ist schon schlimmer, einfach, wenn sie wissen, genau, ich bin ja sowieso abgestumpft, da habe ich es zuerst auch gar nicht spannend, also, so richtig spannend finde ich es auch jetzt nicht, aber es ist halt schon so, gravierend ist es trotzdem, oder? Ja, wenn du, genau, wenn du, schaust, was hinten dran ist, ich meine, das ist genau einer Kollegin passiert, die hat dann noch nicht das Geld, aber wieder zurückbekommen, aber die haben genau so Social Hacking betrieben und haben ihr dann angerufen und gesagt, ja, sie müssen da, sie, jetzt sind Huren auf krasse Informationen gekommen, weil sie, ihr Vater ist im Ausland und so und so und so, aber hat dann auch noch das Geschäft, blablabla, whatever, und hat dann aber noch das Konto und dann nachher und sie verwaltet das und dann nachher hat eine von der Bank, mache jetzt Anführungs- und Schlusszeichen, da für die, die das Video nicht schauen, angeläutet und gesagt, eben, wir müssen da wegen dem und so und jenes und das Formular müssen sie abbelassen, dann hat sie per E-Mail bekommen und dann nachher hat sie gedacht, das ist komisch, hat dann bei der Bank angeläutet und so und dort ist, und das ist verheerend gewesen, dass dort nachher einen Stift abgenommen hat, wo dann einfach ihr gesagt hat, ah ja, das sage schon, ja doch, das sage so und so, aber das einfach, weil sie es nicht besser gewusst hat, und zack, sie ist nachher der Stutzweg gewesen, hat sie alles bekommen, ist ja kein Problem, aber es ist einfach schon krass, weil sie ist, du bist mittlerweile ja schon recht bedacht darauf, dass wenn so Sachen passieren, dass du zwei, drei Mal Anna-Louis, gerade mehr, ja, als Digital Natives und so, oder auch unsere Eltern sind dann nochmal ein anderes Thema, aber dass sogar dort nachher, weil nur ein kleiner Ding einfach nicht funktioniert hat und sie dort nachgefragt hat, bei der Bank, und zack, ist das, ich hole sie weg, also es ist nicht, es geht dann schnell und es geht dir wirklich etwas an, es ist nicht einfach so, ja ja, die haben jetzt halt auch einfach meinen Namen und meine Telefonnummer, ja, ich bin im Fall letztendlich gerade reingegreit irgendwie und ich hätte das auch besser wissen, bei Discord bin ich in so einem, von einem Game im Channel und dann ist die Benachrichtung gekommen, da steht irgendwie, weißt du, es ist also Early Access und die vergeben halt halt immer eine Sache und dann hat es gesagt, schau da, du kannst zwei Skins haben und ich meinte, das ist absolut lauswürig gewesen. Jetzt hat es dich hackt für zwei Skins. Greedy fuck. Und dann ist der, genau, der Link ist dann gar nicht aufgegangen, aber gut, ich weiss nicht, ob gleich schon etwas passiert ist, aber der Browser hat mir schon gesperrt. Aber es ist genau das. Und dann ist es war fünf, fünf Minuten später ist nachher gerade vom Admin, also an alle Dings gekommen, dass genau da Dings fälschliche Nachrichten rausgehen. Aber eben, es ist halt, so genau, weißt du, wenn es halt, das ist das Problem, wenn es halt so kommt, wie es auch kann sein. Also ich bekomme manchmal halt so Meldungen von diesen Vorern, oder von diesen Messages, dass du irgendwie dort den Zugang bekommst oder so und dann. Ja, aber dass die mit zwei Skins gehabt haben, also dort bin ich mir dann schade, die Zeit zum draufdrucken, aber weisst du, ich wäre ja, wieso machst du zwei Skins halt, wieso sagst du nicht, hey, jetzt da Pre-Alpha exklusiv für dich, weisst du, wieso machen die zwei Skins? Dann wäre ich vielleicht dann wieder zu offensichtlich, oder? Ja, Genau, und die Pre-Order-Sachen, ich meine, so die Gratis-Sachen greifst du halt meistens ab, weil einfach so, ja, ja, easy, dann hast du noch irgendeine Waffe mehr, holst du sie geschwind, brauchst sie nie. Ja, ist doch so, oder? Die werden schon ausgeklügelter, also wenn da dir, keine Ahnung, der Prinz von Zamunda oder der General Hotzenplotz aus irgendetwas anläutet und sagt, I have business, things for you, big money, money und so, dann, klar, da weisst du, was los ist, aber eben, sie werden dank so Daten, wo man eben abgreifen und immer mehr über dich zusammensetzen und Profile stellen, werden sie immer ausgeklügelter, immer, es passt immer mehr zu etwas, was wirklich passieren kann, hey, einmal nicht aufpassen oder einmal wirklich ein perfid eingefädeltes Ding drauf reingeht und dann hast du es auch. Ich bin mir sicher, dass auch mehr könnte deine Keine auf das, also witzig gesagt, du schaust wirklich nicht immer ganz genau an. Ich hätte es jetzt zum Beispiel müssen merken, aber es aufmerksam ist mir eben nicht, aber der Server ist natürlich ein Englischer und die Nachricht ist Deutsch gewesen. Ja, okay, ja, aber das, aber weisst du, du kommst halt irgendwie über Nachrichtungen über den Leisterwalt, eben genau zu sehen. Ja, du schaust dann nicht mehr, ah shit, das ist ja der Server, wo ich auf Englisch bin, ja. Ich bekomme so Zeugsfänge teils auch schon auf meine Firmen, auf meine Firmen-E-Mail von Digitec, wo ich denke, das tu ich jetzt wirklich nirgendwo verwende, also weisst du, dass es irgendwo in einer Liste, in einem Mailer landet oder was weiss ich, wo es dann, das verwende ich wirklich nirgendwo und ich bekomme teils so E-Mails dort, wo ich mich auch frage, ja, wahrscheinlich eben über Namen, Arbeitgeber, dann machst du halt mal, aha, okay, er heisst Luca Fontana, Luca.fontana hat Digitec und dann bekommst du das Megaschnell. Dann hast du das Gefühl, ja, auf meinem Geschäfts-E-Mail bekomme ich doch nicht einfach so E-Mails, die müssten ja eigentlich seriöser sein wahrscheinlich, sonst würde ich es ja nicht kommen, aber es ist eben auch nicht so, also es ist so. Ja gut, also kommen wir weiter und zwar zu LG und zwar haben die bekannt gegeben, dass sie ihr Smartphone-Business aufgeben, also wir haben auch den Artikel drauf, ich werde es noch verlinken, die sind doch auch schon viele dabei, 2004, also gut, ja, es gibt Leute, die sind länger dabei, aber trotzdem, 2004 bauen sie Smartphones und sie sind ja eigentlich nie wirklich so voll vorher dabei gewesen, aber sie sind immer viele Interessante, sie sind vor allem, ich habe das Gefühl, so bekannt gewesen für Experiment, also weisst du, irgendwie von eben, mit dem einen Smartphone mit einer selbstheilenden Rückseite, weil auch so die kleinen Kratzer hat es wieder rausgebracht und es hat glaube ich wirklich funktioniert, aber natürlich nur für leichte Kratzer, das verdammte Bananenphone, einfach das, wo so eine krümmte Rückseite hatte, dann haben sie die Nexus 4 und 5 gemacht, die auch verdammt populär gewesen sind, modulare Telefone, ich glaube sie sind einer von den Ersten, die Weitwinkel gemacht hat, wo jetzt ja praktisch jedes Smartphone hat, ja, aber offenbar rendiert es nicht, dabei haben sie doch gerade auch noch, ja gut, sie haben sie natürlich früher schon entwickelt und jetzt noch rausgebracht, aber das LG Wing, das ist das Auffälligste, das wie so ein Tee mit zwei Displays und so wirklich abgefahren. Aber das ist im Fall noch recht, also habe ich das Gefühl, es kommt mega an bei den Leuten, also ich habe immer, ich habe viel gelesen von dem eben so, ja, das ist wirklich geil und das funktioniert und kannst du auch du Stutzern oder so, wo ich mich habe, oder? Ja, kann. Ja, und die sind natürlich, weißt du, es kommt an bei den Leuten, das ist natürlich, aber das kommt an bei der Gruppe von Leuten, die sich für so wacky Stuff interessiert, also weißt du, das ist so wie so ein bisschen der Independent-Film-Haker unter den Handyhersteller und Marvel und so ist, oder Disney ist nachher sind dann Apple und so, also das ist für die wahrscheinlich, ich habe es mega schade gefunden, wie ich es gehört habe, genau aus dem Grund, weil die einfach immer sich etwas gewagt haben und Technologie tatsächlich auch gebracht haben, bevor es die Grosser gebracht haben und so ein bisschen als Proof of Concept einfach mal auf den Merk gerührt haben, wie eben Weitwinkel, wo jetzt überall verbaute ist, ich glaube, du als Queen haben es auch, sind das nicht sie? Nein, es sind nicht sie sie, aber eben das auch mit dem, mit dem, mit dem Drei Wing-Geschicht, ob jetzt das kommt oder nicht, wahrscheinlich nicht, aber es ist einfach geil, dass sie das machen und darum ist es schade, wenn so jemand weg ist und ich habe ausser das Next auch nie als LG gehabt, aber es ist halt schade, da muss wie jemand in die Bresche, oder finde ich, sollte jemand in die Bresche springen, um so ein bisschen wacky, spannende Telefon machen, wo LG jetzt halt leider weg ist. Ja, aber schlussendlich, wenn es einfach genau, wenn es niemand kauft, dann bringt es doch nichts, wenn du dein Zeug ausprobierst, oder? Ich habe mich immer gefragt, die machen doch das wegen einem grösseren Ziel, die probieren jetzt das aus und hoffen, dass irgendetwas dann mal mega ankommt und dann nachher das irgendwie eher ein Durchbruch ist, aber dann ist immer noch mal etwas Whackers gekommen, weisst du? Da hast du ja gedacht, ja, aber jetzt, jetzt schaffen wir irgendwie nicht und dann nachher kommt eben das Wing zum Beispiel oder so und dann das Modular-Reform, das hat ja Google lange an dem rumgepräubelt und baschelt und so, nachher haben sie es eingestampft und LG hat es dann einfach gemacht und so und dann hast du irgendwie gehofft, ja, vielleicht kommt es dann mal, vielleicht sind die Leute dann trotzdem mal bereit für so etwas und dann nachher haben sie da den grossen Cashback, aber die Hoffnung ist natürlich völlig nicht berechtigt, glaube ich, also, wie man jetzt merkt. Was man halt auch ein bisschen um Brand Awareness, oder? Also, wenn du willst, dass dein Brand, das LG, bekannt ist und du hast jetzt, ich minze das jetzt gerade um TCL, das ist ja genau das Problem gewesen, das Problem in Europa, TCL gibt es eigentlich schon länger in Europa, seit einigen Jahren, aber einfach unter anderen Marken, also zum Beispiel Thomson oder DeLonghi und so weiter, also, wir reden von Staubsauger, Waschmaschinen, Fernse, Smartphones und so und das Problem ist aber, du bringst das natürlich nicht im Zusammenhang, oder? Wenn du willst eine gewisse Bekanntheit haben, musst du eine Marke haben, einen Namen, den du überall immer wieder siehst, wenn du gehst einen Staubsauger kaufen, dann siehst du Samsung, wo draufsteht, ah ja, Samsung ist ja der mit dem Galaxy und so und der Fernseher und so und du hast schon irgendwie ein bisschen, es zieht dich schon ein bisschen zu einem Samsung-Staubsauger, wenn du das andere Zeug schon hast und genau das Gleiche passiert jetzt auch mit TCL, sie töten jetzt alles umbranden und die LG wahrscheinlich auch genau die Motivation, unter anderem auch die Motivation dahinter, dass du einfach in einer so populären Sparte wie Smartphones auch deinen Namen hast, dass die Leute sehen, aha, LG Smartphone und dann denkst du beim Fernsehen das ist ja der gleiche Hersteller, der auch da die lustigen Wingdings macht oder umgekehrt oder umgekehrt würde ich eher sagen, du gehst vom Fernsehen, ich glaube, LG ist vor allem populär für und bekannt für Fernsehen, würde ich jetzt aus meinem Schiff ausbeurteilen, was machen aktuell definitiv, ja, ja, auch das ganze Smartphone Zeugs mehr oder weniger oder Kühlschränke und so oder Stimmt, 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 Smart und Kühlschränke wahrscheinlich weiss ich jetzt nicht einmal, aber höchstwahrscheinlich schon, also du willst ja eigentlich heutzutage dein ganzes Haus mit diesen Geräten eindecken, wo alle miteinander reden und kommunizieren und sich hin und her pushen, aber wenn du auf den Fernsehen schaust und dein Trockner fertig ist, dann bekommst du eine Push-Benachrichtigung auf den Fernsehen, dass jetzt das Wäsche fertig ist und so weiter. Es klingt so absurd, aber, 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 das Problem genau hatte, ich habe genau meinen Wecker, meinen Timer gestellt, weil ich gesehen habe, 50 Minuten und bei Uwe auf den Fernsehen schaust, nachher hat der Wecker geläutet, wenn er so auf den Fernsehen kam und er gerade Pause machen bei Netflix, brillant, Mann, gib mir drei Minuten vor, dass du fertig bist, machst Pause, sagst du so, wäschfertig, ich laufe runter, geh nennen, dann kann ich es direkt rausnehmen und der Nachbar kann man nicht dazwischen funken. So absurd klingt, geil. Ja, oder anderen, das habe ich ja an den Hifa gesehen, wenn du, zum Beispiel vor, haben sie wirklich ein Beispiel gebracht, ich glaube, bei Philips oder so, ich weiss nicht mehr, bei wem, haben sie gesagt, stell dir vor, du schaust Fernsehen und hast Lust auf ein Bierli und jetzt weisst aber nicht, ob du überhaupt noch Bier hast im Kühlschrank, mit den Kühlschrankkameras, kannst du dir auf dem Fernsehen anzeigen, was du, ob du überhaupt noch Bier im Kühlschrank hast und ob er sich überhaupt noch aufstehen lässt. Ich glaube, ich weiss immer, ich weiss immer, ob ich Bier im Kühlschrank habe. Das hat einfach immer. Ich weiss aber zum Beispiel nicht, ob ich Eier, wie viele Eier das ich noch habe und es kommt mir im Sinne, ich will ein Somalette machen und dann könnte ich aber schnell schön, ja, ich will jetzt, wo gesagt, Kamera 3, Eierabteil, okay, wenn sind die reinkommen, könntest du auch anzeigen, weisst du, könntest du gerade mit Farb-Overlays schaffen. Die drei sind noch frisch hinten und die zwei. Wir sind so nicht weit entfernt von den in Wall-E, weisst du, von den fetten, die einfach in den schwebenden Sesseln rumfurt zu gehen. Also, ich bitte, das ist eigentlich, ich glaube, das kommt noch, bis ich sterbe, zum Glück hoffen. Ich kann es eher nicht laufen, wie sie dann malten. Ich komme, ich habe noch den Schluss, den ich noch mal kurz sage, dass sie für die bestehenden, also vor allem für ihre Premium-Geräte, garantiert sie noch bis zu drei Jahren Updates. Was übrigens mehr ist, als bisher. Und es gibt vor allem für Phones ab 2019, von der G, von der V, Velvet und Wingserie, gewisse 2020er-Modelle bekommen noch zwei Updates. Also, immerhin, es ist nicht so, dass es jetzt gerade irgendwie gar keine Updates mehr gibt, sondern du kannst es schon noch brauchen, bis Smartphones in der Regel eh tot sind. Also, dann haben wir noch eine weitere Smartphone-Indirect-News, und zwar geht es um Google und das Pixel 6, jetzt mal in erster Linie. Dort gibt es ja auch schon längere Gerüche, dass sie einen eigenen Chip basteln. Und jetzt ist da offenbar, ist das mehr oder weniger bestätigt, dass das Pixel 6 schon mit dem ausgeliefert werden soll, was glaube ich, viele für ein bisschen früh gehalten haben, weil einfach, ja, dass es eigentlich einen eigenen Chip entwickeln ist halt einfach schwierig. Und sie macht das zusammen mit Samsung. Der Chip heisst GS101, also GS sagt man, wird für Google Silicon stehen, Whitechapel ist der Codename, und eben, laut Gerüchten ist das ein 8-Kern-Arm-Prozessor. Die restlichen Sachen, mit denen kann ich gar nicht anfangen. Two Cortex A78, könnt ihr einfach verdienen, die das nützt, die Info. Nein, keine Ahnung. Aber einfach, egal, es ist einfach, es ist so ein bisschen ein oberer, Mittelklasse-Chip. Ich glaube, das ist das Wichtige, vergleichbar mit so einer Snapdragon 7, was ja eigentlich das Pixel 5 schon hat. Wird ja aber müssen schneller sein als der. Und was ist noch interessant, dass eben Samsung macht den, Samsung 5-Nanometer-Prozess und es ist dergleiche, also das ist jetzt GPU, weil es ist so ein SoC, oder System on a Chip, wo alles drin ist. Und der GPU Arm Mali heisst der, ich habe noch kurz geschaut, der ist dergleiche, der auch so wie der Kirin und Exynos vorkommt. Also Kirin von Huawei, was sie jetzt auch nicht mehr machen seit letztem Jahr. Exynos sind Prozessor, also Chips von Samsung. Ja, und genau der Vorteil von dem, oder ist natürlich das, was ja eben Samsung macht als andererseits, einerseits bei ihren Telefonen zum Teil, aber eben natürlich vor allem Apple und der Vorteil halt, wenn dann der auch gut ist, wenn er kann, was er verspricht, ist halt, dass sie dann nicht auf Updates von zum Beispiel Qualcomm, also eben die, die den Snapdragon-Chip machen, sind sie nicht mehr auf die Updates angewiesen, das heisst, die können schneller Systemupdate und vor allem länger, also wenn das, wenn dann irgendwie ihr das Pixel 6 dann mal irgendwie schon das Zähne gibt oder so, können sie das einfach viel einfacher updaten, als wenn es halt Qualcomm den Chip macht, wo einfach dann gar nicht mehr interessiert ist, die den Updates zu liefern oder sie einfach langsam liefert. und halt eben das andere, du kannst viel besser das Gerät entwickeln, wenn du die Software und die Hardware machst, das hat sich ja schon in vielen Sachen gezeigt. Das kennen wir von Apple und so. Genau. Viel mehr gibt es vielleicht nicht dazu zu sagen, ich bin gespannt, ob es wirklich das Jahr kommt und ob es einen relevanten Unterschied macht. Also nur noch das letzte der Chip soll natürlich dann auch in weiterer Linie für die Pixelbooks, also für Chromebooks und so zum Einsatz kommen, halt einfach für alle ihre Hardware, oder? Der Release weiss man nicht, aber es wird ja wahrscheinlich frühestens auf NDR sein, oder Herbst. Herbst ist, ja, Oktober ist so traditionellerweise ein neues Smartphone vorgestellt. Also, ich bin, genau mich nimmt es einfach Wunder, eben, jetzt im ersten schon einen wesentlichen Unterschied, merkst du, da hat es einfach einen eigenen Chip drin und es ist dann einfach so, in der Benutzung wird es so sein. Ja, kann auch hinten raus, das Ganze, wenn es etwas ganz Neues ist, das ist schon ein Problem. Das sowieso. Ich kann mir eben was den Effekt erst ein paar Jahre merkt, weisst du, wenn es irgendwie, vielleicht ist er jetzt genau, ist er einfach genau gleich wie den anderen. Für sie bringt es einfach zum Entwicklungen in Vorteil, aber dass du vielleicht noch gar nichts davon merkst, oder? Wie gesagt, wir werden es sehen, aber Apple zeigt ja wunderbar, wie das geht, wenn man Software und Hardware im eigenen Haus zusammenbauen kann, dass es dann nicht mal mehr die allerbeste Hardware braucht, um ein Smartphone anzubringen, das trotzdem mindestens so flüssig und sauber läuft wie alle anderen. Und aber, ja, preislich kommt es jetzt halt natürlich auch nicht darauf an, ich nehme an, das wird wahrscheinlich schon ein bisschen etwas kosten, eine Investition sein für Google, ob es dann nachher das direkt auf den Kunden abmelzen oder ob das auf die Jahre raus quasi, weisst du, das jetzt mal so ein bisschen nicht retour machen, aber mal ein bisschen auf ein bisschen Cash verzichtet und die Investition dann auf Jahre raus irgendwie, weil die Pixel sind ja schon nie ganz im teuersten Segment gewesen, oder Phil? Sie sind letztes Jahr wieder runtergekommen, vorher sind es fast, äh, nicht ganz, nicht ganz, äh, aber irgendwie so bei 800, 900 Std. Ja. Wie ich dann mit Weller-Rust, da bist du dann auch schon über 900, glaube ich, sie sind wirklich fast so teuer gewesen wie die High-End-Phones und haben es definitiv auch probiert, mit so einem 3 und 4, Pixel 3 und 4 dort mitzuspielen und jetzt mit dem 5 sind sie ja wirklich wieder so in der Mittelklasse spart und eben wenn der die Leistung erbringt, was ich dir auch sagen, wäre es das ja wieder und dann kann es ja mit dem Preis auch nicht oben rauf schiessen. Nein, das kannst du nicht, weil dann kauft dir einfach niemand mehr das Gerät ab, das stimmt. Aber sie müssen das selber fressen, ja. Übrigens habe ich gerade noch heute gelesen, dass, also ich glaube in den USA hat es einer twittert, er will, heute, nein, morgen, also ich bin nicht sicher, ob es dann heute Abend ist bei unserer Zeit oder erst am Freitag, aber Google Pixel Watch wird dir die Bilder leaken. Und ich meine, kündet es immer ihnen so an, oder? Also dann bin ich noch gespannt. Die ist schon auch so wird und ich glaube die verfolgt euch schon länger. Das ist auch so etwas, weil ich absolut kein Interesse an so Smartwatches habe, vergesse ich das dann auch immer wieder, aber ich glaube, das gehören wir nicht zum ersten Mal die Pixel Watch. Ja, aber die müssen dann fast, wenn sie es nach so vielen Jahren tatsächlich eine eigene bringen, dann müssten sie auch mit dem Chip arbeiten. Also weißt, das wäre doch irgendwie komisch, wenn dann, jetzt bringst du doch noch x-tausend Jahre doch mal deine erste eigene Uhr und dann brauchst du wieder so einen scheiss Snapdragon rein, der nichts kann. Ja, gut, das stimmt, eben, sie müssen ja entweder ein Chip, wo es gibt, sich behändigen oder dann irgendetwas selber entwickeln, was ja dann wahrscheinlich etwas auf der Basis wäre von dem, was jetzt da einen Pixel verbaut würde. Ja, das stimmt. Okay, dann die zwei letzten News, die wir haben, betrifft, heisst jetzt wirklich Godzilla, jetzt fangen wir mit Godzilla an, gell? Es fangen mit Godzilla vs. Kong. Stimmt, Kong vs. Godzilla, das ist ja nicht der gleiche Fluss. Einen rechten Erfolg habe ich gelesen, das bestätigt jetzt die News da. Ja, genau, Godzilla vs. Kong hat bis jetzt laut boxoffice-mojo.com 285 Millionen US-Dollar an der Kinokasse eingespielt, weltweit. Laut anderer Seite das geht noch mehr, aber ich gehe eigentlich immer nach Boxoffice-mojo. zum Vergleich. Es ist ein guter Name ist einfach… Es ist ein geiler Name. Es ist ein geiler Name. Und vor allem es ist wirklich so eine Datenbank, wo all die Boxoffice heisst, ist quasi das amerikanische Wort für einfach Einspielergebnisse. Und die tracken das ja seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so oder 30 Jahre sogar vielleicht. Und das ist auch noch länger, Daten, die älter sind, hast du es nicht mehr ganz genau oder es ist schwieriger zum Zusammensetzen. Aber ich sage mal, seit 20 Jahren hast du das relativ verlässlich. Und das ist immer cool zum Vergleich zu schauen. Du siehst wirklich all die einzelnen Märkte und so. Jedenfalls Godzilla vs. Kong hat einen Haufen Geld eingespielt, 285 Millionen US-Dollar. Tenet hat letztes Sommer unter ähnlichen Bedienungen, sage ich mal, wo die Kinos wieder einigermassen offen waren, sind überall 363 Millionen Weltweit eingespielt. Also nur 100 Millionen mehr. Und das ist Tenet. Ich meine, das war ein Christopher Nolan-Film, wo alle darauf gewartet haben. Godzilla vs. Kong ist da eher ein Trash-Movie, wo ja, halt eigentlich eher ein Nisch oder eine Sparte ist. Hast du das Gefühl? Ich habe eben auch das Gefühl, das ist eigentlich so etwas Grosses. Also wenn du nach Zahlen gehst. Etwas Grosses, ja, Godzilla definitiv. Nein, wenn du nach Zahlen gehst, ist es jetzt, ich sage mal, nicht im halben Millionen oder Aufwärtsbereich. Also es ist immer so ein bisschen, es ist schon Mainstream, es ist schon ein bisschen Trashing und so, aber es ist jetzt nicht irgendwie, derart populär wie Iconic, Fast and Furious oder vielleicht sogar Transformers früher. Also es ist irgendwie ein bisschen so ein Monster, die Kaiju-Film-Sparte ist, glaube ich, noch ein bisschen, weniger populär. darum, aber trotzdem, also eben, die 285 Millionen jetzt nach einer Woche, zwei, das ist schon, das ist schon verdammt gut für den, für die Art von Film, bei Telet hat man ja gesagt, dort hat man fast eine Milliarde, hätte man erwartet, unter normalen Umständen. Für einen Film, wie Godzilla vs. Kong, ist das eigentlich relativ das, was man erwarten würde, auch unter normalen, also auch wenn es keine Pandemie gäbe. Das heisst, das Signal, wo das aussendet, die Zahl, ist eigentlich wirklich ein bisschen so, hey, die Industrie erholt sich langsam, gut, in den USA, also vor allem in den USA, ist es, glaube ich, auch mit 50 Millionen jetzt auch schon brutal erfolgreich. Ich glaube, Onwards ist mit 60 Millionen der letzte Film vor der Pandemie, der herausgekommen ist, der jetzt praktisch eingeholt wird von Godzilla vs. Kong. Also wir haben da wirklich Zahlen, die eigentlich sagen, als ob es keine Pandemie gehabt hätte. Und ja, es hat auch wieder mehr Kinos offen, die Impfkampagne läuft nicht schlecht, in den USA, in vielen Ländern da halt ein bisschen weniger gut. Aber das hilft natürlich alles. Wo haben denn Kinos offen? Also in den USA in dem Fall haben gewissere Staaten offen? USA, China, also China kannst du nehmen und das sind wahrscheinlich so die zwei grossen Märkte und dann... Okay. Und wo er im Fernsehen läuft? Also auf HBO läuft er ja auch. Auf HBO läuft er ja, genau. In den USA einfach, also in den USA eben wie gesagt, trotz dem, dass sie ja HBO Max hätten und jeder mit einem HBO Max erkannten Film kann gratis schauen zu Hause, sind doch viele Leute ins Kino gegangen und dann schauen. Ja, ich finde das, ja, es zeigt ein bisschen den Zustand. Also der Film ist ja halt auch wirklich ein bisschen Realitätsflucht und so. Das ist auch das, was die Leute im Moment wollen, glaube ich. Vielleicht hat er das ein bisschen dazu beitragt, aber es sind ermutigende Zeichen. Also ich nehme es jetzt mal als positive Nachricht, dass doch, wenn es in einem Land, wenn Kinos offen haben und Impfkampagne einigermassen gut am Lauf ist, dass die Leute wirklich Bock auf Kino haben und wieder ins Kino wollen gehen und Kinobetrieber das vielleicht ein bisschen beruhigend können, hoffentlich als Beruhigung nehmen, dass das wieder losgehen wird, wenn wir mal wieder ein bisschen Normalität haben und jetzt nicht einfach alle alles zu Hause streamen, weil wir das in den letzten zwölf Monaten so gemacht haben. Aber es ist nicht auch einfach, weil es halt der einzige Film ist, der im Kino läuft, gehen halt dann alle an. Ich meine, Konkurrenz ist wahrscheinlich gut, das war beim Tenet auch letztes Sommer. Richtig, genau. Also sicher auch das hilft natürlich, aber Tenet war damals auch der einzige Film im Kino im Sommer und dort sind wir gerade alle frisch aus dem Lockdown rausgekommen sozusagen. Wir haben gemeint, wir haben alle jetzt Bock auf das Kino. Tenet haben eh alle heissblütig darauf gewartet, Christopher Nolan. Trotzdem hat er wirklich enttäuscht. Also er hat trotz allen Umschauen, obwohl man die Erwartungshaltung runtergeschraubt hat, ist der Film irgendwie trotzdem ein bisschen enttäuschend. Es ist auch ein Warner Bros. Film übrigens. Also Warner Bros. ist dort durch ja, sind mutig geblieben, bringen weiter im Film ins Kino. Aber ja. Aber mich also mich überrascht es zum Beispiel nicht, weil ich finde irgendwie, weisst du, Tenet, was ist das? Die meisten Leute, die verfolgen doch nicht so genau, was jetzt ein Regisseur macht, die kennen doch auch den Nolan nicht. Das ist einfach so der Durchschnittskino Zuschauer. Mo, mo, mo. Nolan ist schon ein Name, der zieht im Kino. Also ich meine, wir wissen es beide nicht. Mein Eindruck wäre jetzt gewesen, dass mehr von den Leuten aus dem Kino gehen, die gehen wegen Schauspieler, weil da hast du ein Gesicht dazu. Aber einen Regisseur kennt sich weniger und auch wenn jetzt Nolan ein bisschen bekannter ist, er ist jetzt nicht ein Spielberg, ist nicht so ein Haushaltsnamen, hätte ich gesagt. Und eben gleich, wenn du den siehst, einfach den Namen nichtssagend, während Godzilla und King Kong, jeder kennt das. Jeder. Nicht jeder mag Monsterfilme natürlich, das ist ganz klar, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist für mich so ein typischer Blockbuster, jeder weiss, was er da erwartet. Jeder kennt das und jeder weiss, was kommt und das ist für mich der typische Kinofilm. Weisst du, so Monster, Popcorn, Trash, Unterhaltung. Darum überrascht es mich jetzt ein bisschen weniger. Vor allem, weil er ja offenbar auch gut ist. Aber ja, ich schaue Dämonen. Es kann eben, so ein Monsterfilm, es kann Godzilla oder Kong, also man sagt auch vor allem, King Kong ist eigentlich noch populärer als Godzilla, gerade in den USA, aber es kann dir helfen, weil alle das kennen, das kann dir aber auch schaden, weil alle sagen, ja eben, Godzilla muss jetzt nicht schauen. Wie ist Kong gelaufen, finanziell? Wie ist Kong gelaufen? Kong? King of Monsters? Nein, Skull Island meinst du? Ja, weil der ist schon sehr mässig gewesen. Selbst das Monster, Riesenmonster-Fan, ist der so ein bisschen dumm. Der hat 566 Millionen. Der von Peter Jackson, oder? Nein, Nein, das ist ah nein, das Skull Island, ah ja, ich weiss nicht, den habe ich gar nicht gehört. Der hat 566 Millionen eingenommen und zum Beispiel der Godzilla 2, King of the Monsters, der hat 386 Millionen eingenommen. Der ist der mit dem, mit dem, Godira, Ghidorah, Ghidorah, King Ghidorah. Nein, aber mit dem, mit dem, dem von Breaking Bad, wo der nur 20 Minuten gespielt hat. Nein, das ist der erste, das ist der allererste. Der allererste, Godzilla mit dem Brian Cranston aus Breaking Bad 2014 und die hat 524 Millionen eingenommen. Also eben immer so die halb Milliarden Grenzen der zweite Teil, 386 ein bisschen weniger, Skull Island, eben King Kong ist eher ein bisschen populärer als Godzilla, wieder ein bisschen mehr und den Teil jetzt. Wir sind immer etwa in dem Bereich, zwischen 350 und 500 Millionen. Das ist jetzt nicht, Das ist viel Geld. Das ist immer noch viel Geld, eben wie gesagt. Das ist immer noch Mainstream. Wir reden nicht irgendwie von einem Independent, keine Ahnung was, Ja eben, und jetzt ist auf dem Weg, wir sind jetzt, ja haben Sie ja den Film jetzt erst noch anderthalb Wochen im Kino, der ist auf dem Weg etwa in den Bereich hineinzukommen, in dieser Sparte und das droht eben Pandemie weltweit und das spricht halt wirklich für die Zahlen. Das sind gute Zahlen. Ja, aber haben wir eigentlich mal über das Raya und der letzte Drachen geredet, Luca, der haben es ja, das ist der Disney-Film, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ich will da schnell, ich will da schnell, da habe ich mir vorgenommen, dich da zu fragen, und jetzt können wir das gerade im Podcast machen. Wir haben ja mal darüber geredet, dass damals, wo der Mulan rausgekommen ist und Disney gesagt hat, das ist ein One-Off, wir tun einmalig, tun wir jetzt da 30 Franken verrechnen, wenn er den schauen will. Und ich habe dort gesagt, ich möchte mich nicht darauf behaften, das ist jetzt, wirklich müssen wir ins Archiv nochmal, Goloso, ich habe gesagt, das ist nicht das letzte Mal, wo sie das machen. Können wir nicht? Ja. Können wir jetzt gerade nicht, aber ich glaube, ich habe das gesagt, ob ich es im Podcast gesagt habe, weiss ich nicht mehr. Aber ich habe dir gesagt, hey, look, die Zücher probieren es nochmal, und die haben ja mit dem Raya und der letzte Drachen das jetzt nochmal probiert, haben wieder 30 Franken verlangen, damit du den vorher schauen kannst, und das ist eine komplette Tose, oder? Keine Ahnung, man hat ja keine Zahlen zu dem, oder? Nein, ich wüsste jetzt auch nicht, dass man Zahlen rausgegeben hat zu dem. Ich glaube, das habe ich letztens gelesen, sorry, das tut mir jetzt leid, es ist mir jetzt gerade ein Sinn, kommt, wir können es dann sonst im nächsten Podcast nachher noch gut aufarbeiten. Ich tue es gleich schnell rein für den nächsten Podcast, dass der hoffentlich wahrscheinlich feilt, und dann können wir auch noch schnell ins Archiv gehen, und ob ich das wirklich gesagt habe. Kommt mir gerade ein Sinn, sorry, no to myself. Nein, ist ein guter Input, würde ich auch gerne mal mit mir interessieren. Ich bin mir ziemlich sicher, im Artikel habe ich es nämlich geschrieben, ich weiss nicht, ob ich es im Podcast auch gesagt habe, dass diese Aussage gekommen ist, ist ein bisschen so, ja, wäre es gelaufen. Du hast es eben auch gesagt, stimmt. Ich glaube einfach, die haben dort nichts zu verlieren, habe ich eben das Gefühl. Du kannst abkassieren, die einen finden es blöd, aber du kannst nachher einfach schauen, und dann ist es wie so, ja, du kassierst einfach doppelt. Ich habe das Gefühl, das hat keine Konsequenzen für sie. Ja, das ist ja das, aber das kann man durchgehen. Machen wir es nochmal einen? Ja, ja, der Black Widow wird auch so sein, der jetzt in den Markt kommt. okay, ja. Cruella glaube ich auch. Luca dafür, der Pixar-Film, der nach mir benannt ist, nach meiner Lebensgeschichte. Kannst du natürlich gerade das, oder? Da in Spreitenbach. Da in Spreitenbach an den Limmensspiel. It was a boy named Luca. He grew up in a small little village in Switzerland. Luca, he likes gelato and 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 Milano. Oh, ja, 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 that's me, bitches, yeah, yeah, Kommen wir machen weiter. All diese legend news betrifft das Apple update für iOS, iPadOS und macOS, glaube ich, auch. Nein, nein, iOS nur. Ja, iPadOS einfach auch, ja. iPadOS ist jetzt abkoppelt. Das 14.5 update, und so geht es dort ums Tracking, eben also, in den Kommentaren meint ihr die Story bei uns drauf, haben es auch schon ein paar geschrieben. Die Option ist offenbar auch schon vorher dort gewesen, bei Einzelnen, aber jetzt ist einfach das Public Release. Und das gibt dir die Möglichkeit, dass du bei Apps, also einerseits gibt es die Pflicht jetzt, dass die Entwickler nicht mehr einfach tracken können, oder, also sie müssen sich auch die Regeln halten. Also deine Daten quasi speichern und weitergeben vor allem, oder, also. die Art auch, ja genau, was sie können tracken und wie sie es können tracken, oder, also halt eben das Ganze, der Werbe, deine Werbeidentität, oder, müssen sie dich fragen, ob du das willst und dann kannst du sagen, nein, die App dürfte ich nicht tracken und sie haben offenbar auch schon die ersten Apps zurückgewiesen, die sich dann nicht an das gehalten haben. Aber das Geilste finde ich ja, dass du kannst sagen, pauschal, sag einfach immer nein, wenn das eine App fragt. Das finde ich ja, das ist ja eigentlich sehr etwas Einfaches und etwas, was du denkst, ja gut, das ist ein Knopf, aber das ist ja vor allem das, was, glaube ich, den Werbetriebenden nach einem ein bisschen den Angstweissen auf die Stirne bringt, so weißt. Genau. Weil du nachher einfach sagst, ich sage einfach überall nein, also fuck this shit und nachher wirst du nie mehr gestört von dem. Wir kommen jetzt zu dem, was du meinst, oder, dass es nachher die Hersteller oder die App programmieren, dass wahrscheinlich sämtliche Backdoors ausnutzen, was es überhaupt die Idee gab hat. Man weiss es, also, was ich so gelesen, weiss man es einfach gar nicht so genau, wie sie, also natürlich, Apple müsste ja wissen, welche Sachen zur Verfügung stehen, welche Daten, oder, dass eine App abgreifen kann, ich bin irgendwie, was ich da gelesen habe, ist mir da gleich nicht ganz klar, ob das einfach für dich perfekt, oder, jetzt gebe ich nie mehr meine Daten weg, so ist es aber glaube ich auch nicht, weil es gibt einfach verschiedene Arten, um deine Daten und deine Identität zu tracken, ob es dann einfach wieder einen anderen Workaround findet, und dann ist es doch irgendwie, Mensch, andere Möglichkeiten, also sich, ja weisst du, du kannst ja, deine, deine Nutzerdaten, deine Identität, die hängt ja von vielen Faktoren ab, oder, und, ob die jetzt, ob du komplett anonym bist, oder weil jetzt die gewissen Sachen da nicht im Track wären, das weiss ich, das, also wenn, weisst du, also meinst du Sachen wie, du gibst das Mikrofon für eine App frei, und dann können sie vielleicht von dort noch Sachen abgreifen, wo halt eben dann nicht. Ja, was auch. Ja, also weisst du, nur schon, weil, du bist ja trotzdem identifiziert, als was für ein Gerät du brauchst und so, oder weisst du, du kannst ja nicht komplett alles blocken, dass du jetzt einfach ein anonymer Blob bist, PC, iOS, also irgendwie, irgendwie, du wirst ja trotzdem identifiziert. Und, aber eben, klar, jetzt, vorher haben sie halt einfach wirklich alles Mögliche können rauslesen, wie irgendwie eben, von deinem Prozessortyp, von deinem Lade-Status, alles Mögliche, oder? Und, genau, grundsätzlich finde ich das super logisch, du wolltest, dass das Zeug eingeschränkt wird, vor allem so eine einfache Möglichkeit zu testen, weil es gibt Druck auf andere Hersteller, eben wie Google, die natürlich das sowieso viel mehr braucht, dass sie das Geld damit machen, dass sie dort auch mehr Einschränkungen haben, und grundsätzlich gibt das sicher wenige Daten aus, das glaube ich auch, aber ich mache mir jetzt ehrlich dann nicht die Illusion, dass das so ist, ach geil, jetzt bin ich anonym unterwegs, irgendwie, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die Theorie ist ja, dass eigentlich alles über den App-Tracking-Transparacy-Framework laufen wird, also jetzt definitiv, dass quasi alle Daten... Genau, das ist, das ist das, was ich meine, Dass du nachher, sorry, dass du einfach dann die Entschädigung hast, welche Daten von dir rausgehen. Es geht ja nicht darum, dass gar keine Daten rausgehen, sondern dass du kannst sagen, es gibt durchaus Apps, wo ich meine Daten unter Umständen frei geben möchte. Sagen wir irgendwie, eben Covid, die ist jetzt natürlich immer so mega anonym gemacht, aber es gibt ja gewisse Apps, wo du durchaus willst und dass das auch deine Entscheidung ist, dass du die Daten weitergibst. Es ist nicht darum, früher hat man das einfach so ein bisschen by the way und in der Angebung irgendwo versteckt und nachher oder vielleicht nicht mal und dann hast du einfach weitergeleitet. Das ist scheisse, aber dass du aktiv kannst du sagen, ja, für mich ist es easy, wenn die App weiss, wo ich bin, wer ich bin und was ich mache oder für die möchte ich es nicht freigeben. Ich glaube, das ist doch das, was für den schlussendlich Endnutzer das ist, was am fassbarsten ist und auch was ihm so eine Sicherheit gibt. Auch wenn sie vielleicht eine vorgegaukelte Sicherheit ist, weil man vielleicht dahinten durch schon gewisse Daten wieder abgreifen kann. Aber das ist für den Konsumenten eigentlich das, was Appletz davon macht, eigentlich recht geil. Absolut, ja. Absolut, das ist ein guter, also ich finde auch, es ist ein guter EFOR, es ist eine gute Entwicklung. Google arbeitet ja selber auch schon ein bisschen in der Richtung, obwohl sie selber von dem abhängen. Vor allem die Punkte der Bekämpfung von Third-Party-Cookies, das sind eben die, und das geht es ja vor allem, um es mal ganz transparent zu sagen, zum Beispiel, wenn du auf Digitech dir ein iPhone anschaut und nachher auf irgendeiner Homepage oder anderen Webpage einen Werbebander sieht, der dir noch Werbung von Digitech mit einem iPhone anzeigt, den du erst gerade vorher angeschaut hast. Das sind ja die Third-Party-Tracker, die dich im Internet tracken, schauen, was du machst, wer du bist. Die gesammelten Daten, die Profile, die nehmen dann Identity for Advertisizers, IDFA, abkürzt, und die Daten, die sollen halt einfach viel, viel einfacher für dich als iPhone oder als Apple-Nutzer zu kontrollieren oder eben für dich zu behalten sein. Also Apple wirklich sagt, schau, es läuft alles über das App-Tracking-Transparacy-Framework, so kontrolliert das Apple auch, damit sie genau schauen können, wer was wie trackt und wenn du jetzt einfach sagst, es soll nichts mehr rausgehen, dann wird auf dem Framework praktisch wie eine Sperrung gemacht und es geht auch nichts mehr aus, in der Theorie jedenfalls. In der Theorie klingt das super. Es ist immer ein bisschen so, es klingt fast schon zu gut, zum Wahrsein. Es bleibt irgendwie so ein bisschen ein Rest. Es bleibt auch ein bisschen so ein Gedanke, was tut Apple selber tracken, was sieht Apple selber weiterhin. Sie haben ja auch schon gesagt, ja, es möglicherweise, das ist immer eine geile Formulierung, möglicherweise könnte es sein, dass wir die Daten weiterhin sehen, aber sie sind für uns nicht relevant. Und damit ist eigentlich schon wieder klar, dass sie sie sehen noch zu relevant sind für sie. Also wenn jemand so etwas sagt, finde ich so, nein, in einem halben Jahr gesetzt man den anderen aus. Für den Moment ist es gut, aber in einem halben Jahr schweigen wir das dann ändern, dass wir das dann schon relevant für uns plötzlich. V.a. da ist einfach zu viel Geld vorhanden, dass man da nicht einen Weg würde finden, um mit diesen Werbefuzzis zusammenzuarbeiten, weil auch Apple macht ja Werbung. Ich meine, ich komme ständig diese scheisse Apple-Werbung auf Twitter rüber und so. Gut, Apple hat natürlich den Vorteil, dass sie einfach nicht jetzt irgendwie angewiesen sind auf ihre User, die irgendwie einen Cash bringen und die Daten von den User, weil sie halt mit dem App Store so viel Cash machen, dass es nicht, also ich glaube für sie ist es nicht attraktive User-Daten zu verkaufen. Nein, nein. Google sieht das ganz anders aus, oder? Nein, klar. Gut, ich glaube Apple verkauft sie dafür einfach in China, oder? Aber in, das Ding ist natürlich, Apple verdient ja am App Store, aber die verdient ja, weil die Leute, die Apps machen, verdienen. Und die verdienen mit Werbung. Das stimmt. Wenn die alle nicht mehr Werbung machen, würden sie auch nicht mehr verdienen. Darum glaube ich, da gibt es, oder darum muss man nicht, habe ich das Gefühl, sich die Illusion machen, dass es wie keine Werbung, aber eben vielleicht läuft wirklich das darauf hin, dass die Werbung so ein bisschen anonymer wird. Und eben wie das, das was Google da so ein bisschen erzählt hat, was so super klingt, dass du so eine Massen-Identität hast, oder? Dass du einfach zu so einer Horde, Herde gehörst. Kohorte. Sagen sie das, nennen sie das ja. Kohorte. Das Vlog-System, quasi, dass du nicht mehr, dass quasi die Daten, die Third-Party-Tracker, eben Brave tut es ja schon unterdrücken, Safari seit kurzem Jeans auch, Chrome soll auch auf den Zug, also irgendwie, die Werbeindustrie muss sich dem stellen, dass die Third-Party-Cookies nicht mehr bald, ja, ganz anders werden ausgesehen und nicht mehr einfach so ein ganzes Profil über ihre Leute erstellen. Google sagt ja, zum die Werbe, weil sie brauchen die Werbeinamen ja auch, zum das nicht völlig kaputt machen, können sie halt einfach Kohorte erstellen. Das heisst, du bist nicht mehr der Philipp Rueg oder der Luca Fontana, männlicher, 31, was weiss ich, sondern du bist wie so anonym in einer Kohorte von Podcaster, männlich, du könntest dich ein bisschen für Sport interessieren oder was weiss ich. Du weisst, einfach viel, viel unspäßig, also allgemeiner halt, ja, viel allgemeiner, viel weniger persönlich. Weisst du, was ist denn, das klingt ja alles schön und recht und so, aber ich meine, schlussendlich ist es dann wieder persönlich und nachher macht es einfach für jeden User eine eigene Kohorte, in der Hoffnung, vielleicht kommt noch eine rein, aber ich selber bin irgendwie, ja, 38, ich bin der Kohorte 38, interessiert sich für Kochen, Games, und heisst Simon Balisat. She, she, und wohnt in Zürich und ich meine, dann gibt es irgendwie, wahrscheinlich ist es eine Schnittmange von Leuten, die genau so meine spezifischen Interessen haben, dann wirklich sehr, 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 sehr klein oder so klein, dass dann einfach, du wieder persönlich eigentlich ein Herr von deiner Kohorte bist und es klingt lässig bei Google, aber sie haben dich eigentlich trotzdem genau identifiziert. Ja, ich weiss es ja nicht. Ja, ja, eben, es hat anders, es hat klingt, als wäre es von weiter oben, aber eben sehen sie dann. Komm, springen wir weiter in unser Big Screen Segment und dann wird wieder reden mit uns mal kurz über Queen's Gambit, wo wir, wir haben glaube ich schon darüber gesprochen, wir wissen es nicht mehr so recht, weil ich habe es jedenfalls auch schon gesehen, aber Luca erst jetzt. Ich habe es erst jetzt gesehen, ich bin viel spät dazu gekommen, im Oktober 2020 ist das ja losgegangen und hat damals schon einen Hype generiert und ich wollte es nicht glauben, bis ich es dann eben dann trotzdem geschaut habe. Und ich muss sagen, ich bin auch, also ich bin, oh, huren begeistert. Hast du schon fertig geschaut? Ich habe fertig geschaut. Ich bin wirklich abgegangen bei dieser Serie. Um was geht es? Es geht um eine junge Frau, eine junge Frau, ein junges Mädchen, ein weisen Mädchen, die irgendwie 8-9-Jährige in ein Weisenhaus kommt, dort vom Hausmeister lernt, wie man Schach spielt und gleichzeitig drogenabhängig wird, also von so Pillen, man hat es besser gesagt, so Pillen, die einen ein bisschen halluzinieren lassen lassen. Antidepressiva oder was? Irgendwie so ein bisschen, ja, ja. Es sind so Beruhigungspillen, Beruhigungspillen, es sind eigentlich Beruhigungspillen, die, wenn man sie irgendwie zur richtigen Zeit am Tag innimmt, dann ist auch noch ein bisschen Halluzinationen. Und anhand von dem wird sie, also was sich herausstellt, ist, dass sie eigentlich ein absolutes Schachgenie ist und du begleitest sie eigentlich so ein bisschen auf ihrem Weg vom Weisenmeichli in dem Weisenhaus, wo einfach alle auseinander nimmt, bis sie dann schlussendlich gegen den Weltmeister, Schachgrossmeister aus Russland spielt und das ist einfach quasi der ganze Weg dorthin. Und es spielt in der, ich weiss es gar nicht mehr, in den 60er, 70er, 80er Jahren. Ja, 50er, 60er, so. Es fängt mit so einer kleinen Maikli an und hört auf, als ob es ein 25-Jähriger oder so. Es fängt in den 50ern an und hört in den späten 60ern auf. Ah, okay. Okay. Und, also, es ist einfach, ich muss einfach sagen, ich hätte niemals gedacht, dass Schach so spannend kann sein oder dass man Schach überhaupt so cinematisch inszenieren kann, dass du halb verreckst bei den Schachpartien. Also ich bin ja von Spannung fast durchgedrückt, wenn da die, ich weiss nicht, wie sie, sie haben das wirklich auch ganz gezielt gesagt in einem Making-of, was wir haben wollen. Wir haben gewusst, wir können nicht das Schachbrett filmen und zeigen, wie sie diese Figurchen bewegen und du das spannend findest, sondern du brauchst die Reaktionen von den Schauspielern, von den Leuten rundherum. Dann macht sie irgendeinen Move und du hörst die Leute nur oh, es ist etwas krasses passiert oder irgendwie einer macht einen Move und du siehst, wie sie die Augen aufmacht oder keine Ahnung was der Klangwild ist und es ist einfach eine fucking geil erzählte Geschichte mit mega guten Schauspielern durch die Bankwege hindurch und auch die Welt, du tauchst mega in die Schachwelt ein. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da so viele Taktiken gibt, also wirklich so so als, ja, spiel du deine, keine Ahnung, die sizilianische Verteidigung, das ist deine, Spiel, da kennst du dich aus, da fühlst du dich wohl, lass dich nicht auf ein anderes Spielchen und so. Dann gibt es Entry Game, Mid Game, End Game, sie ist mega gut im Mid Game, der ist dafür im End Game tödlich, also du musst unbedingt vorher schon zum Move-Gate zwingen und was weiss ich. Lauter so, du kommst wirklich in die Welt rein, auch wie sie darüber reden, sie sitzen im Auto, fahren irgendwo an und spielen zusammen ein Schachspiel im Kopf durch. Sie sagen, spring nach E3, bla bla bla, nach E2 oder dann hast du ein altes Spiel von früher, der Schachweltmeister kommt und sagt, das war ja dein perfektes Spiel, aber schau, bei diesem Zug, spring nach E3, das war ein Fehler, wenn er das sieht, hätte er das machen können und dann geht sie runter und das ganze Spiel nochmal aus dem Kopf nachspielen und merkt dann, scheisse, ich hatte da wirklich einen Fehler drin und das bringt sie völlig aus dem Konzept und lauter so Sachen, ich bin völlig, völlig fasziniert von dieser Serie, wirklich, wirklich durch. Wir haben ja im Oktober auch massiv mehr Schachbretter verkauft, das ist kein Witz, aber und sogar meine Freundin, sie hasst Spiele, hat gesagt, komm, wir spielen, da sie es gesehen hat, komm, wir spielen mal einen Schach, du darfst dich aber nicht vorbereiten, du darfst dich nicht einlesen, weil ich bin ja dann immer so, okay, ich lese schnell, also, weil ich halt, ja, als Gamer oder so, wenn du gerne so Spiele spielst, dann bist du schnell mal, ah, okay, aber wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, aber ich habe mich noch nicht eingelesenen Schach und habe auch Queen's Gambit noch nicht geschaut, also, das ist noch offen, da mit meiner Freundin, aber es ist, ja, ich habe wirklich Bock, da wirklich auch mal noch zu schauen. Also, ich habe es auch gesehen, ich finde es, ich finde es auch, ich habe es tiptop gefunden, gute Unterhaltung, aber ich finde, ich finde, man muss jetzt auch nicht überbewerten, es ist so ein, für mich ist es so eine typische Netflixerei, weisst du so, das macht Netflix aus, oder irgendwie, für das hast du ein Abo, das ist irgendwie, da würde ich jetzt nicht irgendwie mehr als Bau ausreisen, damit ich diese Serie sehe, wahrscheinlich sie runterladen, oder so, aber wenn sie dort läuft, oder so, ist sie tiptop gewesen, so, ich finde es, sie sind auch ein bisschen cheesy gewesen, aber, ich finde das, ich glaube, über das haben wir eben genau gesprochen, letztes Mal, das ist so ein bisschen, ja, habe ich, ich glaube, auch das Gefühl, aber es ist, eben, so süffisant, es ist halt so, so, ja, es ist ein bisschen besser als Fast Food, ich finde, weil sie spielen sehr gut, aber gleich, schlussendlich ist Geschichte, weisst du, so eine typische Prodigy, Superschönie, wo alles im Kopf kann, und genau, Geschichte, ich habe das garantiert, letztes Mal gesagt, dass, ich bin es kurz dann anzulesen, die gibt es ja nicht, die Geschichte, das hätte es für mich natürlich noch interessanter gemacht, nein, nein, es ist natürlich eine fiktive Geschichte, aber, es hätte ja können sein, weisst du, es ist ja nicht so, es gibt ja viele, eben so Schachschönies, aber offenbar einfach, gibt es keine Frau, in der Zeit, so gut gewesen ist, also, aber nein, es ist so eine wirklich, kann man gut, eben, sieben Folgen, abgeschlossen, oder ist es eine Miniserie, abgeschlossen, ja, ist eine Miniserie, es ist mal, vor ein paar Jahren, haben sie es eigentlich, als Film machen, haben aber gemerkt, also, es ist einfach schwierig gewesen, es ist nach einem Roman, eine Romanverfilmung, es ist einfach schwierig gewesen, dass sie in einem 2-Stunden-Film alles unterbringen, und dann ist die Idee, eben von einer Miniserie, und aus dem ist dann eben, der Queen's Gambit geworden, ich muss aber, also, ich muss da widersprechen, ich finde, es ist wirklich viel besser, als der übliche Netflix, Durchschnittsquark, und Netflix wird, viel, viel Quantität, wenig Qualität, also wenig Qualität, es ist meistens irgendwo solid, aber so richtige Spitzen hast du selten, und ich finde, Queen's Gambit ist eine von diesen Spitzen, meiner Meinung nach, und wir können ja auch unterschiedliche Meinungen sein, nein, doch, einfach, meine ist richtig, deine ist falsch, aber es ist okay, auf Rotten Tomatoes, hat es, äh, ein, ein, ein Durchschnitts, äh, ein Rating von 97%, was easy geil ist, easy hoch, Average Audience Score ist 95%, also, es spiegelt sich auch in der Kritik ein bisschen wieder, dass das wirklich, ja, wirklich einer wieder von der sehr, sehr guten und sehenswerten Netflix-Serie ist, also, es ist eben, Oktober 2020, ich komme wirklich ein bisschen spät mit dem Hype, aber wer es noch nie gesehen hat, wirklich unbedingt eine Chance geben, und nachzuholen. Ich habe dann auch zwei Monate gebraucht. Ich schaue es, ich schaue es in einem halben Jahr, und bin dann das Zünglein an der Waage, ob es jetzt gut ist oder nicht. Nein, ich habe gesagt, gut ist schon gewesen, es ist, für mich ist es eben nicht aussergewöhnlich. Was mich eben mal wundernimmt bei dir viel, was ist denn eine gute Serie für dich? Ich meine, du hast ja noch bei jeder Serie, die ich irgendwie vorgeschlagen habe, oder Luca vorgeschlagen hat, hast du alle Mittel gefunden. Was ist für dich eine gute Fernsehserie? Das habe ich, wie ich noch nicht herausgefunden habe, das hättest du noch nie sagen können können. Ich sage, das ist eine gute Serie, das ist für mich nicht aussergewöhnlich. Was ist denn für dich, was ist für dich eine aussergewöhnliche Fernsehserie, die wirklich genial ist, wo du sagst, das ist die geilste Serie überhaupt? Also die geilste Serie, das finde ich schwierig, es gibt zu viele Serien, aber The Wire ist für mich eine perfekte Serie. Ja gut, das ist, aber auch nicht alle Staffeln. Sopranos, ja klar, da kann ich sagen, Twin Peaks, Sopranos, Dallas und so, logisch, ja, aber, ja. Von einer Neuen, ähm. Ja, von einer Neuen, in den letzten 10 Jahren. Das finde ich schwierig, da fällt mir gerade nichts ein. Ich finde Archer recht gut, aber das ist auch so, ich finde, das hat sensationelle Folgen, aber das finde ich jetzt auch nicht, was? Ted Lesser. ja stimmt, ja, Ted Lesser ist für mich, ja nein, aber weiss ich, das hat wirklich so 10% 10% kitschig, aber der Rest ist für mich, ist das eine perfekte Serie. Jetzt komme ich mit I May Destroy You, den ich ja wirklich absolut das Geniasteste finde und das vorne, Fleabag, das sind meine zwei absoluten, das sind die Serien, wo ich finde, hey fuck, ist das genial. Und da kommen wir mit irgendwie Ted Lasso, mit einer schön lockerflockigen Comedy-Serie, die bisschen so ein bisschen die Dinge aufnimmt zwischen USA und UK. Gut, ich kann es nicht sehen, muss ich sagen, sorry, aber, aber das kann man ja dann gar nicht, da kann man ja dann nicht sagen, ja, I May Destroy You war scheissig durchschnittlich, aber Ted Lasso, das geht doch nicht. Ja, aber ich finde, ja, weisst du, das ist ja generell schwierig zugleich, wenn es irgendwie gerade etwas, vor allem auch schon, etwas, was lustig ist, ist immer viel schwieriger, das finde ich zugleich, mit etwas, wo es ein Drama ist, wo es in der Vergewaltigung geht. Nein, aber das ist das Verreckte an dem, es ist eben auch lustig, das ist das Krasse. Nein, aber ja, gleich, aber weisst du, wie wert ist schlussendlich, und dann ist es für mich einfach irgendwie, ähm, das hat halt den Höhen und Tiefen gehabt, das ist irgendwie, ich glaube, es war nicht alles gleich unterhaltsam, und das andere, habe ich irgendwie, wenn ich mich von A bis Z absolut grossartig unterhalte, dann ist das für mich dann besser, oder? Mit Ted Lasso. Ja. Ja. Das ist absolut grossartig unterhalten gefunden. Aber ja, komm, äh, beim nächsten, wie ich kann, habe ich mich so mittelgut unterhalten gefühlt. Ähm, ich habe Dune geschaut, das ist 1984, ich habe den Schalammel geschaut, jetzt auch, weil ich im Herbst glaube, kommt dann der neue. Ah, vom, äh, Denis Villeneuve. Ja. Geil. Und der alte ist von David Lynch gewesen, von dem bin ich eh grosser Fan, und der ist ja, ja eben, der hat ja auch so ein bisschen Kultstatus, so wie ich das so irgendwie so mitbekommen habe. Und, äh, so ein bisschen trashiger Kult, so. Eben, das, so genau, ich habe mich nicht eingelesen, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass er als sensationeller Film gilt, hat gute Wertungen und so, aber, ähm, das ist ja immer relativ, aber der, äh, die Hauptperson ist eben da der Kyle, Mack, wie heisst der, Lecklen. Lecklen, ja, das ist die Mauser von Linstedt, nachher ja bei, äh, bei, äh, Twin Peaks, ja, die hat gesprobe gespielt, Äh, eben die Story, die spielt irgendwo 10'000 Jahre in der Zukunft, äh, bei irgendwelchen Planeten, äh, wo alle so von Spice abhängig sind, und, äh, Spice ist, das ist irgendein komischer Stoff, ich bin da gar nicht, wirklich, ich bin da gar nicht genau draus gekommen, das, der Film ist so weird, wirklich, oh, warte, mein Bildschirm will sich abstellen, ähm, es ist halt irgendeine Ressource, oder, die es halt braucht, ich weiss, keine Frau allerhand, wirklich, das, zu dem komme ich dann auch noch, bin ich eigentlich gar nicht draus gekommen, und ich habe zu einem Drittels Hörbuch gelassen, mal irgendwo in Neuseeland, ähm, es ist noch viel komplizierter gewesen, weil es irgendwie, wie, eben, es gibt tausend so Häuser, wo irgendwie verstritten sind, es geht also halt alles um Korruption, um Verschwörungen, und dann gibt es da den Auserwählten, das ist der Nähr, ähm, und, und alle wollen den dann irgendwie umbringen, weil da der Erbe ist, und dann gibt es halt irgendwelche Bösen, die das werden verhindern, die vor allem mit dem Spice, alles werden kontrollieren, weil halt der, der Kontrolle über Spice hat, der hat Kontrolle über alles, hey, und, eben, aber das ist eigentlich egal, also, die Story selber ist fast ein bisschen banal, zumindest in dem Film, finde ich, geht es nicht so in die Tiefe, also, ich glaube, jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt besser daraus gekommen wäre, oder nicht, ähm, und, er ist einfach unterhaltsam zu schauen, weil mega fantasievolle Sets und so, hast du halt, oder, im 84, natürlich alles, nichts CGI, beziehungsweise, wenn es irgendwie mit Computer gemacht wird, so die Hintergründe, oder, wie es, wie es kennst, ultra trashig, einfach wirklich, aber, eben abgespaced die Effekte, wirklich einfach alles so verdammte, haluzinogen, hast du das Gefühl, und, komische Bösewichte, der eine einfach immer irgendwie durch die Luft schwebt, warum auch immer, und irgendwelche komischen Eiterergüsse hat, die dann irgendwie der eine, dem irgendwie der Nadel drin spritzt, einfach, weil es grusig aussieht, einfach ein grusig Fantasievoll, und, weisst du, wie grossartige Outfits, all die komischen Alien, das ist einfach, so, ich finde, so, so muss es ein Science-Fiction-Film auch irgendwie sein, und dann natürlich die Riesenwürme, das ist das, was man vermutlich von Dune am meisten kennt, kommt dann eben auf den Planeten, und dann gibt es dort eben die Gerüchte, weisst du, da hat irgendwie früher, da hat man können die, oder es gibt eben die, die Wurmreiter, und natürlich kann er dann das, und mit denen kämpft, dann am Schluss, ja, wirklich, ich habe inhaltlich wirklich wenig gecheckt, und meinte, du checkst, da sind die Bösere, die Guten, sind irgendwie auf dem Planeten, die eine sieht aus, wie seine Freundin ist, aber seine Mutter, plötzlich ist die eine, die noch seit irgendwie zwei Szenen gekannt ist, und seine Geliebte, und dann stürmt sie irgendetwas, und komische Mindtricks, und so, wirklich, inhaltlich, nichts gecheckt, aber, ja, ein bisschen langsam, wie die Alten immer sind, aber, ja, ich habe es noch witzig gefunden, also, cool, habe ich den auch gesehen, ähm, hätte ja eigentlich den HR Giger müssen, äh, mitschaffen, an dem, hast du gesagt, ja, haben es ihn aber irgendwie abgesagt, äh, weil irgendwie, die sind sich einfach nicht der eine, das ist, äh, aber der hat, weil der Giger natürlich, die hat nach Alien schon so ein bisschen, der hat sich mehr als Künstler gesehen, und, und hat da der Alien, und ist nachher mega in einem Rampel eingestanden, und dann nachher, kommen da Leute, und wollen ihn irgendwie zurecht bügen, und teilen seine Vision nicht, und so, und dann hat er dann gesagt, von der Fakt ist Shit, aber es gibt dann nachher, wie heisst das, Harkonnen, oder wie heisst Harkonnen, heisst er die? Harkonnen heisst er, ja, genau, oder heisst die, ja, die, Harkonnen Stühle, wir können mal googlen, äh, vom HR Giger, die hat er eigentlich für den Film entworfen, Harkonnen Stuhl, das ist so ganz, so ein Sessel, äh, ich glaube, die Hauptfigur heisst so, das ist das Könighaus, äh, ich habe es auf jeden Fall auch gedacht, bei gewissen Szenen, es hat mich mega an den Giger erinnert, weißt du, das Design von, von diesen Objekten, offensichtlich haben sie das Wellen, aber haben ihn nicht bekommen, dann haben sie ihn halt kopiert, ja, genau, also du, kann man schauen, vor allem als Vorbereitung für den neuen, ähm, ich habe das Buch noch wollen lesen, und das ist, wie du gesagt hast, ich mag mich erinnern, dass ich wirklich, also mit zwölf, wieder so mal gelesen habe, und, äh, die ersten drei Viertel, sind unglaublich zu hoch, also das ist wirklich, und dann im letzten Viertel, geht es noch berichtungslos, also wenn ich das Buch lese, nicht aufgeben, es geht wirklich, also weit über die Hälfte, bis wirklich dann mal, in die Gang kommt, aber dann, äh, ist ein guter Reward, und dann kann man gleich weiterlesen, wenn man das will, gibt eine ganze, Anthologie, nein, ich weiss, wie es heißt, stimmt, weiss nicht, okay, naja, ich komme gerade noch ein bisschen, wir haben noch etwas ähnliches Trashiges, also nicht mehr haben es ausgraben, sondern ich glaube, The Guardian hat darum zumindest darüber geschrieben, aber aus dem 91, da ist irgendwie, ein russischer Herr der Ringe für den Film, ist auftaucht, aber man muss nicht zu viel davon reden, das müssen wir sehen, es ist ähnlich wie Dune, die Bilder musst du sehen, und die, für Leningrad Television, hat das geheissen, und jetzt eben, die gibt es nicht mehr, und der Nachfolger Five TV, hat das mal gefunden, Ohne Scheiss, Leningrad Television gibt es nicht mehr, ich glaube, Leningrad gibt es nicht irgendwie, ich habe das Video 30 Jahre nicht mehr, Ich habe den Namen festgehalten, aus Kultgründen, aber es ist eine Filmung vom ersten Buch, und das ist wirklich, das ist unglaublich Trashig, also wirklich, die, das kannst du gar nicht beschreiben, von den Kostümen, zu, praktisch jede Szene, ist so, eben das, was Dune auch gemacht hat, nur dort, ist doch ein bisschen besser, weißt du, das Ausgeschnitte, dort hat es auch noch kein Greenscreen gegeben, vermutlich, ich weiss nicht, wie man die Effekte da gemacht hat, aber einfach, wenn sie irgendwie die Hobbits zeigen, mit dem Gandalf vermutlich, dann sieht es unfassbar fake aus, wirklich flimmert es überall, vor allem, es ist im Wesentlichen eigentlich, es sind einfach besoffene Männer, die auf einer Bühne rumtorkeln, und irgendwelches Zeug labert, und irgendwie, ich habe das Gefühl, die Hälfte davon ist improvisiert, weil die Szene, wo der Bilbo eigentlich, da vor dem, an seinem Geburtstag, vor der Gesellschaft, seine Rede halten, und die Hälfte vom Publikum, kommt dann noch halb mit auf die Bühne, und tut ihn noch ein bisschen umarmen, und geht dann wieder weg, und er einfach, wie so rumlallt, und ich habe nichts kapiert, es ist auch sehr geil, die Kamera, wie wenn es eine Bühne wäre, wo einfach gerade jetzt etwas passiert, und die Kamera ist einfach, die Starr hinten, über die Köpfe von allen, am Filmen, und es ist so schlimm. hat das einen künstlerischen Anspruch, oder ist das einfach so wahrscheinlich Stangenware? Also weisst du, du weisst ja nie, so bei den russischen Sachen, weisst man nie, beim Fantast, beim Animationsfilmfest, wo ich schon sehr viele Sachen gesehen habe, wo dann eben einen künstlerischen Anspruch gehabt haben, aber du denkst, what the fuck ist das, was ich jetzt gerade geschaut habe, aber ich habe noch nicht gesehen, aber ich muss mir das wirklich noch gerne sehen, von mir gefallen, gibt es frei, gratis, um zu schauen, oder was? Ja, auf YouTube kann man das schauen, knapp zwei Stunden, es sieht wirklich aus wie ein Theaterstück, wo die Leute noch irgendwie Hintergrund hineingefaket haben, das ist irgendwie unglaublich. Zwischendurch reden, Schauspieler, wenn sie im Dialog miteinander sind, zwischendurch reden, es einfach in die Kamera hinein, dann wächst wieder einfach, so wie wenn er vergisst, dass er eigentlich gar nicht so in die Kamera anschaut, das ist einfach alles scheissegal. Genau, ich muss gerade schauen, was muss man überhaupt googlen, damit man das findet. Russian Lord of the Rings. Ja, so findest du ihn vermutlich. Es gibt eben Part One, Part Two, es ist zweiteilt. Ja, genau, also auf, ja gut, er ist natürlich auf Russisch angeschrieben, ey, doch eineinhalb Millionen Views, und er ist erst seit dem 17. März online. Ja, nein, der Link bringt doch nicht viel. Ja, wir verlinken den Artikel von The Verge, Also ich kann Russian Lord of the Rings eingeben bei YouTube, und es ist das oberste, bei mir. Ah, okay, gut, also, wirklich, schau mal durch. Das ist, das ist ein Erlebnis. Alles so mit gefeteter Linsen, irgendwie, so weird. Das ist so ein bisschen, so geil. die Stufbereitung vermutlich, ja. Also komm, ich habe noch mehr Trash, aber andere, und zwar in der Spielecke. Ich fühle mich verpflichtet, einfach noch kurz über das Outriders zu reden. Das ist, eine Mischung zwischen Gears of War und Destiny, das ist, klingt schon anstrengend. Es ist so ein Multiplayer-Koop-Shooter, wo total wirkt wie so ein Game as a Service, oder wie halt Destiny, wo ewig weitergames und ewig neue Content kommt, aber es ist eigentlich ein in sich geschlossenes Game. Also wenn du schaust, wie lange es die Leute haben, das ist irgendwie eine Main Story 15 Stunden, und dann vielleicht noch 10, 15 Stunden für Nebenquests. Auch so Science-Fiction-Settings und halt wieder irgendwelche Kolonisten, die irgendwo hinkommen, und dann passiert irgendeinen komischen Unfall, und er wird dann, kommt so komische Fähigkeiten rüber, dann gibt es so viele Aliens und böse Leute, und es ist wie eine Story, wo du bist der einzig Auserwählte, aber jeder, der es spielt, ist der Auserwählte. Ja. Und die Männer gehen oftmals recht auseinander, zwischen dem totalen Scheiss-Track und dem mega guten Tiefgang mit weiss nicht was. Und das ist so ein typisches Game, du fängst in der Stadt an, kannst eine Missionen anwählen, eine Nebenmissionen, dann gehst du, es ladet auch überall den Ständen, gehst halt irgendwo hin, in ein Gebiet, wo du einen relativ linearen Level hast, wo du meistens irgendwo noch einen Nebenzweig hast für eine Nebenquest, und dort stimmen halt solche Deckungsshooter, gehst halt hin, wirklich so wie Gears, die haben, der Entwickler hat auch, People Can Fly heisst das glaube ich, die haben auch in den Gears-Games selber schon gearbeitet, und ich finde, das merkst du mega, das ist einfach so, der Deckungsshooter, und dann gehst du schon rumst eigentlich noch, hast du dann auch noch so Spezialfähigkeiten, hast du immer drei Aktive, und kannst auswählen, ich kann dann irgendwie so einen Geschützturm hermachen, es gibt verschiedene Klasse, ich bin Technomancer glaube ich, du kannst auch irgendwie den Raketenwerfer schiessen, oder irgendwie bestimmte Munition ausrüsten, alles so ein bisschen, hey, auch nicht so außergewöhnlich, und dann natürlich gibt es so den rüstigen Waffen, und so zum Loot, bla bla bla, aber ich finde einfach so, was ist es so uninspiriert, also weisst, vom Design finde ich es jetzt völlig 0815 Unreal Engine, wenn ich dir sage, Lux ist so ein Unreal Engine Game, ich finde das ist es, wie wenn Unreal Engine einen Trailer macht, zu ihrer Engine, einfach den Nick Ranz mit diesen High End Dingen, wie es dann kein Game hat, aber, das Lustige ist, HDR funktioniert überhaupt nicht auf dem PC, ist total broken, wenn du es einstellst, ist alles mega knallig, dann sieht es wenigstens noch geil aus, finde ich, aber das Zeug wirklich ist so krass überleuchtet, und es ist so dunkel, dass du es eben nicht benutzen kannst. Unglaublich viel Shaky Cam, das ist auch so etwas, in der Zwischensequenz, einfach Shaky Cam zum Kotzen, und eben, das haben wir schon vorhin gesehen, es hat so weirde Ladensequenzen, dann kletterst du, oder machst du eine Tür auf, dann kommt eine Sequenz, wie du die Tür aufmachst, ja, weil es einfach schlägt auf dem Level, ja, aber es geht, drei Sekunden, das ist mega weird, ja, ich weiss auch nicht, ich habe es auch noch nicht vielleicht sechs Stunden gegamed, aber ich fühle mich so nicht angezogen, es ist so easy, es ist einfach easy, also weisst, wenn du, kein Problem, wenn du mit den Kollegen ein bisschen ballern und so, das ist tip top, oder es hat ab und zu, meistens hat es dann irgendeinen Boss und so, am Ende vom Level, wo aber jetzt, wie bisher auch nicht sehr schwierig war, ähm, Skilltree, sage ich, ich bin bei dir noch tief gegangen, habe ich bei mir durchgeschaut, hat mir jetzt aber jetzt auch nicht speziell originell getönt, und eben wie gesagt, das Ganze, ich finde, das Game schmeckt so extrem danach, dass es mal anders gedacht war, also, also, wie, aber schon besser als Anthem, ich meine, das ist halt relativ, nein, das ist nicht, Anthem ist der Grösste, nein, ich meine, Anthem habe ich 20 Stunden gespielt, das weiss ich nicht, aber ich werde das weiterspielen, es ist halt, ich meine, du weisst, ein Ballergame mit Männchen, wo ich rumsecke, gibt es wie Sand am Meer, ja, aber das ist ja, Anthem kommt, und darum wieder, einerseits das Running Gag, aber andererseits, weil das ja genau auch das Problem gehabt hat, dass es mal etwas anderes gewesen ist, und dann hat man so, wie so in das, wie so mit dem Schuhlöffel, in diese Formel hineinzwängt werden, ja, es hätte so etwas anderes werden sollen, ich glaube, es war nie, aber das Game wirkt absolut so, dass es einmal irgendwie anders gewesen ist, eben so ein Game as a Service, und jetzt, das ist offenbar, also was ich, das ist also mal etwas anderes gewesen, aber man hat dann wieder neu angefangen, es ist wirklich ein Survival Game, ursprünglich mal gewesen, welcher mega geil klingt, Valheim einfach mit fucking Robo-Jumpsuits, das wäre das Geischte gewesen, von dem, ja, aber da, das wirkt für mich so, es hat jetzt wie das, ist das schon relativ fix in so einer Form gewesen, und man hat dann einfach irgendwie gesagt, okay, dann machen wir da ein Ende, ja, und irgendwie so, also es hat das totales Feeling von einem Game, wo du ewig zockst, weil immer neues Zeug dazu kommt, aber sie verkaufen es total als abgeschlossenes Game, so, dann ist es auch, wir würden natürlich gerne aber Add-ons machen, aber, ja, ja, wie gesagt, Outriders, ich glaube auf jeden Fall auch, dass das ganze, Destiny, Lootershooter, Game-as-a-Service-Ding, so, die Zeit ist auch so ein bisschen, glaube ich, vorbei, also weisst du, es hat dann, wie Sand am Meer, äh, und, und, und irgendwie, es ist nichts mehr, es ist kein Gutes mehr von denen, ich weiss nicht, was ist das letzte, äh, The Division 2 vielleicht, aber ich weiss nicht, ob das noch gespielt wird, ich glaube schon noch, das ist schon noch gelaufen, aber, ja, ich weiss auch nicht, es ist klar viel probiert, Borderlands 3 war ein Fuck-up, einfach performance-mässig, bin ich jetzt auch nie mit ihnen, ähm, aber Seb ist schon eher einfach ein Single-Player, also ein Single-Player, das ist ein abgeschlossenes Game, mit einfach Add-ons, das ist schon nicht das gleiche. Welches? Das ist Borderlands. Nein, das ist, das ist schon auch ein Mega-Multi, also, dort, dort kenne ich noch Leute, wo Multi-Player rein gehen. Aber das ist, ja, nein, aber das ist, du kannst ein normales Single-Player spielen, hat Story und alles, und da ist Destiny schon irgendwie, wo, das stimmt. Bei Borderlands, musst du nicht immer zurückkommen und weekly, daily Quests machen. Kannst aber. Ja, gibt es jetzt vielleicht mittlerweile, aber es ist schon nicht zugleich. Ich habe noch ein anderes, wo, ah, das ist fast eine Enttäuschung von mir, ich hatte so viele Hoffnungen, dass Narita Boy, das ist im Game Pass, übrigens Outriders auch, aber nur für Konsolen, Narita Boy ist so ein, so eine, wie so eine Hommage an die, äh, alten, 80er Jahre, Computer, Grafik, weißt du, Klötzli-Grafik. Ich finde, Sound-mässig und Design ist unfassbar stylisch. Wirklich so ein geiler Sound, eben so Science-Fiction-Szenario, Sidescroller, und, es geht irgendwie darum, dass auch irgendein Typ ist irgendwie in den Computer reingezogen worden, er ist dann wie so der, in der, du bist dann, auch in der Welt drin, und der ist irgendwie wie so der Master, der, der, der Chef der Welt, oder, der Creator sozusagen. Und du siehst dann auch so, so Rückblenden findest du von dem, und, das Problem ist das Gameplay, es ist einfach nicht so spannend, oder, du kannst dich irgendwie rummöbeln, und es ist, hat auch so die typischen, ähm, Metroidvania, weißt du, Sachen, wo du musst irgendwie zurücklaufen, und dann Sachen finden, und was mich vor allem stört, es hat so viele Begriffe, weisst du, dann heisst sie, ja, du musst dort mit deinem Technoschwert in die komische, Druide-Bibliothek, und irgendwie, geh dort und dort hin, weisst du, ich verliere völlig den Draht, was ich alles machen muss, eigentlich, und finde dann auch gar nicht den Weg zurück, es ist dann auch zum Teil optisch gar nicht so klar erkennbar, mit was kannst du interagieren, wo musst du hin, ähm, ähm, ja, und der Kampf ist jetzt auch nicht so viel tief gegangen, oder, es ist wirklich mehr Präsentation und so, auf eine Art auch ein perfektes Game Pass Game, also du kannst es mal zocken, dann kannst du es erleben, weil, geil gemacht, du bist echt so stylisch, wenn du das halt das Schwert bekommst, und dann jetzt überall die komischen Leute mit Computerköpfen, die irgendwie auch angeschlossen sind, und so ein bisschen Headbanger sind, nach einem komischen Techno-Beat, ja, unglaublich, die Welt finde ich mega geil, aber wirklich, das Gameplay macht mich einfach nicht an, es ist wirklich schade, ich habe wirklich gehofft, das könnte mega geil werden, Narita Boy, ist das. Gut, apropos Game Pass, äh, ich kann ja, jetzt, jetzt komme ich jetzt, oder hast du noch etwas dazwischen, nein? Nein, nein, mach nur, mach nur, ich kann nur noch, ich kann nur noch so zwei so bemerkt, zum Narita Boy, nein? Nein, nein, so, ich kann es auch kurz sagen, ich kann nur mal sagen, ich habe The Witcher, Monster Slayer, dort noch weiter gespielt, das Mobile Game, wie Pokémon Go ist, auch mit The Witcher, noch Beta, ähm, wirklich geil, ich finde es mega geil, aber es gibt wirklich nur drei Hauptquests, momentan in der Beta, die habe ich gemacht, aber, ich glaube, das wird geil, und dann noch mal sagen, It Takes Two, bin ich jetzt dann gerade fertig, sensationell, hat, ein bisschen Hänger, in der Mitte, das ist das Coop Game, wo du so, äh, geschrumpfte Personen spielst, und dann wo, wie so, Liebling, ich habe dir Kinder geschrumpft, durch die Welt herum, umgehst, und ich, ich möchte ehrlich gesagt, auch gar nichts über die Welt erzählen, weil die entdecken ist das Highlight, und die, die eine von den letzten Welten ist wirklich anders geil, also wirklich, da hast du nur immer das Lachen im Gesicht, ist so cool, ist wirklich ganz, ganz geil gewesen, also, ich finde, vielleicht hätte es jetzt noch ein bisschen strecken können, und, aber es ist geil, wirklich, It Takes Two, also komm, ich erzähle von deinem Leben zu mir, ja, Schmunzeln auf dem Gesicht, nein, ich kann, apropos Game Pass vor allem, jetzt ist endlich, sind alle Yakuza Games auf Game Pass, das sind die japanischen, so, nicht GTA, ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber so ein bisschen, es ist Open World, du bist immer ein Mafioso in der Yakuza, und musst dich nachher deine Familie näher retten, oder was auch immer, also die Story ist immer sehr, sehr abgefahren, ich habe einen Teil von denen schon bis zu einem Teil gespielt, und wo ich jetzt mein Lebensprojekt angefangen habe, Yakuza Zero, das ist ein Vorgänger, ein Prequel, das aber vor etwa drei Jahren rausgekommen ist, und dann möchte ich jetzt vom Zero zum 1, 2, 3, 4, 5, so alle durchspielen, eben darum ist es das Lebenswerk, weil, das zeichnet die Games aus, du bist immer in einer sehr kompakten Map, die aber unglaublich detaillreich, und unglaublich schön gestaltet ist, ich glaube, jeder spielt sicher in Tokio, wobei da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, wirklich noch nicht allgespielt, aber sicher in Tokio, in einem Ausgangsviertel, und dort bist dann du meistens der Kazuma Kiryu, wo dort dann nachher der Protagonist ist, teilweise aber spielst du auch andere Personen, und dann nachher kommen die Storys zusammen und so, und es ist so, es gibt keine Waffen, oder sehr wenig Waffen, sondern du bist einfach Speedmob, prügelst sie zusammen, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ja, Streetfighter-mässig und so, haust du dann nachher die Gegner zusammen. Das ist eigentlich alles im Kampfsystem, hat aber unglaublich viele Nebensachen, die du machen kannst, und das ist auch immer das, was spannend ist, also du kannst irgendwie in der Arcade spielen, du kannst irgendwie golfen, ballen, Frauen-Wrestling, Frauen-Wrestling-Wetten habe ich gestern gemacht, haben wir auch. Sex-Hotline kannst du dich auch irgendwo im Einten geben. Im Einten auch, ja, genau. Jedes hat immer ein bisschen etwas anderes, seitdem im Yakuza Zero habe ich gerade zwei Business-Ventures offen, weil ich habe zwei Protagonisten, einerseits habe ich verschiedene Läden, die ich da gekauft habe, und mit Immobilien, und die müssen wir nachher dann Schutzgeld zahlen und so, dann kannst du verschiedene Manager dort drauf tun, damit mehr oder weniger Geld bekommst, und dann gibt es einem die Lampen, dann musst du wieder ein paar verdocken, und machst so dann Cash und so, um es lustig zu machen, und das Lustige ist eben, dass der Cash ist zugleich auch deine XP. Also, du willst Köhlen haben, um investieren, um nachher mehr Köhlen zu machen, um nachher in dich selber, um quasi neue Schläge und so freischalten und so. Und das andere ist, bin ich Gabarett-Besitzer. Da schaue ich, dass es dann immer den Frauen gut geht, und schicke die dann nachher an den Tisch, und schaue, wenn einer eine Lampen macht, komme ich dann dazwischen und so. Es spielt einfach so in der Unterwelt. Und ein japanisches Game, also darum auch recht bizarr, vor allem auch die Nebenquests, sind immer, uh, eine eigenartige, jetzt der eine ist, es ist einfach dann auch lustig, weil der hat, der ist ja eine verliebt, und sie aber nicht ihn, und sie schickt ihn aber immer auf so Beschaffungstouren, also quasi, ja, auf Fetch-Quest, wenn du so willst, also Errand, das heisst auf Englisch, und er, ich spiele es auf Japanisch, weil es Sprachausgabe gibt es nur auf Japanisch, mit englischen Untertiteln, und er heisst dann aber auch Erando, weil er muss Errand, also es ist so, es sind so kleine Sachen, die einfach lustig sind. Was ich ein bisschen scheisse ist, die Story, kannst du überhaupt nicht beeinflussen, die läuft einfach so, also das ist, weisst du, manchmal hast du so das Gefühl, ja, nein, aber komm, jetzt bring doch die um, ich würde jetzt den Entscheid, mein Entscheid wäre, ich würde sie umbringen, oder, und das kannst du dann wie nicht, das macht es dann für dich, also es ist dann mehr wie so, einfach eine Story, wo du schaust, wie man so ein bisschen schade findet. Und es gibt, so ja. Es gibt schon etwa sechs Tage, jeder geht irgendwie 50 Stunden, das heisst, du bist jetzt etwa 300, 500 Stunden beschäftigt. Ja, also es gibt, es gibt, es gibt noch Spin-Offs und alles, also ich rede jetzt nur von der Hauptserie, Yakuza Zero, dann gibt es eins und zwei, dann gibt es wirkliche Remakes, also von null auf neu programmiert, und ich glaube, er mit neuen Features, das ist Yakuza Kiwami, eins und zwei, und dann gibt es drei, vier, fünf, sechs, und jetzt Like a Dragon, das ist das Neueste, wo rausgekommen ist, das habe ich auch schon angezogen, und ich habe einen Teil von denen schon angezogen, es gibt, glaube ich, auch wahnsinnige Durchhänger teilweise, es gibt so Teile, die muss man eigentlich gar nicht spielen, dann muss ich schauen, ob ich die, ob ich die durchbeissen mag, aber so, ja, es ist, ich glaube, wenn einem die Games passen, und wenn man, es ist so, ein bisschen macht das auch so ein bisschen aus, aus, aus Heiweh nach Tokio und so, weil man halt nicht dorthin gehen kann, sondern weil ich das ja auch gerne noch mal gegangen wäre, was kannst du vergessen, die nächsten zwei Jahre, weißt du nicht, weil die Siechen einfach alles zutönen, und es ist einfach wirklich authentisch, du kannst dort die Lädergitze auch, fucking, der Megadonky, da kannst du, da kannst du rein, das ist ein Laden dort, und in die kleinen Shops, und in die verschiedenen Rahmen, und natürlich, wie es immer, japanische Spiele, ist Essen wahnsinnig wichtig, da kannst du tatsächlich, weißt du, die Menüs, so wirklich, die geholt, mit Fotos und allem, und so, das ist, ja, geil, einfach sehr liebevoll gemacht, nicht für jedermann, und jeder, hast du mal gespielt, Phil? Ich habe, Zero ein bisschen gespielt, aber eben, ich bin nicht gross, die haben halt, die haben mega träge Einstieg, meistens, Like a Dragna, die habe ich noch recht cool gefunden, aber, das ist das erste, das ist so ein kleiner Fun-Fact am Rand, die haben das erste April-Scherze mal gesagt, ja, das nächste Yakuza ist rundenbasiert, und dann haben das die Fans irgendwie so geil gefunden, dass sie effektiv dann den April-Scherz umgesetzt haben, und es rundenbasiert gemacht haben, und dann aber das schon metamässig, wenn du sobald du das Kampfsystem lernst, wird dir das so metamässig so ein bisschen mitteilt, dass jetzt das, also, sie sind sich bewusst, wieso kämpft ihr da in den Runden und so, und dann hat dann so eine schäbige Ausrede, wieso das so ist, aber ja, es nimmt sich nicht ganz ernst, aber es hat schon immer recht ernste Themen, also, mit dem ganzen, ja, es ist, ja, ich glaube, die Storys, die ich gehört habe, das sind eigentlich schon immer so das Zentrale, ich glaube, die Story, und einfach die viele weirde Shit, die du machen kannst. Ja, die Story, also, die Main Story finde ich jetzt mega, also, weisst du, es ist so, ah, natürlich ist dann irgendwann, es hat telefonierte Sachen, wo du genau weisst, ja gut, irgendwann müssen wir die zwei Story Arks zusammenfinden, und, es ist dann so ein bisschen, ja, es ist dann nicht so überraschend, wenn plötzlich merkt, das ist ja der, also, weisst du, es ist so, aber, ganz generell finde ich sie recht geil, halt, mit den Mafiösen, finde ich halt immer geil, Mafia-Filmen und so, finde ich immer geil, wenn es um Familien geht, und Ehren und, und so, das finde ich cool, aber, mal schauen, ich, ich gebe euch dann in einem halben Jahr ein Update, wo das ist, wahrscheinlich, noch nicht fertig beim Zero, gell, also, da hast du mal eins gespielt, ja, aber, ja, aber, das ist geil, dass man es im Game Pass, das geht alle drin, ja, ich glaube, es sind wirklich, also, oder zumindest ein Grossteil sind, es sind wirklich Ideen abvoll, mehr als je, jemand wirklich zocken, ja, also, ich habe sie letztens einfach gesehen, alle kamen, und dann habe ich gefunden, jetzt muss ich hin, weil Zero war ich für mich auch schon, ist cool, und dann habe ich es angefangen, und jetzt bin ich nochmal, und dann habe ich es fünfe Jahre angefangen, jetzt noch, und ich dachte, das bringt gar nichts, weil dann siehst du so einen Vorspann, was alles passiert ist, merkst du ja gut, aber, nein, ich zocke lieber einfach die anderen, aber, also, wenn wir noch kurz Wochenvorschau ansehen, ich kann noch, bevor wir da abhauen, ich kann noch, eigentlich nur noch sagen, wir fangen mit den, Digitech Playground ist er dann gleich, und es gibt ja noch die Sessions, wo wir auch schon so ein bisschen angetönt haben, ich glaube, die erste ist, 1. Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Story folgt dann, jedenfalls, das ist dann so ein bisschen im kleineren Rahmen das Turnier, und das wird so ein anderer Spiel sein, wo dort nicht gewählt worden sind, und das erste ist Age of Empires 2, Definitive Edition, und ich weiss nicht, der Simon und ich, wir spielen dem vielleicht auch mit, tun es dem vielleicht auch auf Discord streamen, ist alles noch nicht ganz fix, aber, genau, tun ich dann noch verkünden, voraussichtlich am Freitag. Du, also das ist am Freitag, haben wir, ist das eigentlich Kommunikation, oder ist es schon halb draussen, oder bist du da so? Nein, wir haben es noch nicht draussen, aber die Termine sind mehr oder weniger fix, also. Achso, okay. Ja, Wo ist noch irgendetwas? Ich, äh, nicht, nicht, nein, nicht, nicht, ja, jetzt verwitschst du mich gerade auf dem falschen Bein. Nein. Du, du bist schon gut, muss auch nicht immer, muss auch nicht immer, ich habe ja meine Geschichte schon erzählt mit der CD, ich freue mich, wenn meine CD ankommt, ich muss auch das CD-Ramlaufwerk, ein externes mir irgendwo besuchen, ich weiss nicht, wenn ich eins habe. Kann ich noch. Kann ich noch? Ich komme vom Spreitenbach, und dann können wir es überspielen, und dann können wir es auf das Internet, oder auf so einen, auf so einen USB-Stick. Ein USB-Pass? Luca, bei dir kommt einfach noch deine TCL, dein Giganto-Interview. Genau, ich glaube, das hat gute Chancen, vielleicht sogar der BenQ-Beamer, und morgen, also morgen Freitag, ist wieder Falcon and the Winter Soldier Day, Episode 4, Episode 3, habe ich das mal ein bisschen später quasi angeschaut, weil es Ostern war, und ja, ja, das ist dein, das ist dein. Das ist dein. Top, ganz schön. Also, dann ist das it, genau, wenn ihr selber Impulse habt, Kritiken wünscht, Fragen, was auch immer, dann Podcast. CD-Laufwerk. Digitech. Genau, CD-Laufwerk hat die Digitech. Nein, Podcast hat Digitech. oder eben auf Discord, oder direkt Kommentar auf die Zeitscheiben unter der Story, und ja, danke, bis zuhören, und tschüssi miteinander. Tschüssi. Tschüssi.